Musik Am meisten gelernt übers Leben habe ich im Kurland Theater. Das Kurland Theater war von der Nordwestzeitung so genannt Brennpunkttheater. Finde ich einen schwierigen Begriff, aber es war in einem Brennpunkt, Brennpunkt wegen Stress. Es gab immer Stress da, wo das Kurland Theater war. Weil du da immer andere abgezogen hast und die verkloppt hast. So kann man sich vorstellen in dem Alter. Da haben sie dir Shakespeare in die Hand gedrückt, die Fluppen aus der Hand geschlagen und gesagt, nun mach mal. So ähnlich war das Prinzip. Ich war natürlich nicht so, aber die Idee von den Leuten, Detmar Koch, hallo, liebe Grüße, war halt, verrückte Jugendliche weniger verrückt zu machen mit Theater. Schön, ja. Und das hat gut funktioniert. Und das war aber die einzige Möglichkeit, um Theater zu spielen. Also bin ich praktisch da immer hingefahren, wie auf so einem Abenteuerspielplatz. Und bin mit einem Fahrrad aus der Gegend, wo es weder Theater, aber auch keinen Stress gab, bin ich dann da hingefahren und hab dann praktisch die halbe Stunde, bevor das losging, hab ich unten in dem Jugendzentrum am Kicker gestanden und hab also mehr übers Leben gelernt, als in zehn Jahren Otterweg, wo ich gewohnt hab. Also das heißt, alles vor dem Theater hatte ich... Ja, also das drumherum, die ganze aufregende Atmosphäre, hab ich dann Angst abgebaut vor bestimmten Situationen und so weiter. Und so ähnlich ist das ja hier vielleicht auch. Vielleicht ist das auch ein Brennpunkt-Podcast, um euch mal so rauszuholen, damit ihr mal zwischendurch einfach mal runterfahrt, damit ihr ein bisschen so Druck ablassen könnt. Und ich finde zum Beispiel, dass du hier durch den Podcast profitierst. Schmetti? Ich? Ja. Wie jetzt? Naja, weil du hier zwischendurch... Weil er da keinen niemanden abzieht und verkloppt und keinen Spuckesee macht? Oder also du musst das Bild nochmal deutlicher zeigen. Na, jeder hat ja so seine besonderen Sachen, aber das... Ich bin jetzt heute auch nicht direkt von der Straße angereist. Dass man hier zwischendurch, dass man Druck ablassen kann, ist das nicht so. Dass man über alle Themen mal reden kann, die sonst vielleicht auch die Leute nicht so interessieren oder so. Dass man einfach so, mir geht es zum Beispiel so. So siehst du den Podcast. Dass wir da extra über Sachen reden, die sonst die Leute nicht so interessieren. Die zu langweilig sind für Jonathans Café oder was? Na, weil die halt nicht... Die können sich das ja nicht auswählen. Nicht zu langweilig. Aber die können ja nicht auswählen, ob sie hier zuhören. Ach ja, hier zwingen wir die Leute oder was? Na, die... Also wir zwei werden... Das ist eine steile These. Man holt sich... Nein, man holt sich Spezialinteressierte aus ganz Deutschland. Die schon vorher wissen, was auf sie zukommt. Ja, okay. Dass man praktisch hier einfach so reinpikst in so eine... Hier in die Buslinie 346 und da denkt, dass 80% aller Leute das interessiert, was man für eine Scheiße redet. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn man hier einen bunten Blumenstrauß an... Wie sagen wir im Unterhaltung? Variety-Themen. Ja, und die bieten wir an. Und dann können sich die Leute darauf einigen, auch wenn die sich gar nicht untereinander kennen. So bildet man Zielgruppen. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe alles so halb... Also ich habe verstanden, du bist irgendwie Waldemar Dettmar. Alles, was du weißt, hast du im Oldenburger Schnapstheater gelernt, in einem Brennpunkt. Wir sind irgendwie auch im Brennpunkt. Wie der Kohlrübenstraße. Schmitty ist auf der... Wohnt eigentlich auf der Straße und darf hier mal die ganz langweiligen Sachen auspacken. Ich habe im Otterweg gewohnt. Und dabei ist eigentlich heute Donnerstag und wir sind alle Gündugeil. Und ich finde, du hast die Leute nicht richtig reingeholt. Du bist gemein. Das Wort Gündugeil habe ich als erster praktisch der Bild-Zeitung entnommen. Das ist jetzt schon irgendwie eine Leistung? Ja. Du denkst, du hast als erstes die Schlagzeile von der Bild gelesen? Ja. Willst du damit angeben jetzt? Ja, weil ich es lustig finde, dass jetzt alles Gündugeil ist. Also ich sie abgejagt, Klass. Nimm das. Ist doch aber witzig, dass jetzt alles Gündugeil ist. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel einen Gündugeilen Kaffee. Der ist so Gündugeil wie noch nie. Also ich finde, du kannst auch mehr nochmal das Versprechen abgeben, dass diese Folge Gündugeil wird. Die ist schon jetzt Gündugeil, merkt man doch. Ja. Ja klar. Zack, zack, zack. Pam, pam, pam. Schnellstes Tor der EM. Gag-mäßig. Wie die Albaner. Wollt ihr wissen, wenn wir gerade bei Bild-Schlagzeilen sind, weil es ist ja ein Bild-Zeitungswort, ein sehr witziges. Was für mich die witzigste Schlagzeile der Bild-Zeitung diese Woche war. Eine Frechheit ist das eigentlich. Darf ich die kurz präsentieren? Ja. Also. Da habe ich wirklich zehn Minuten gelacht. Und ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist. Könnt ihr sagen. Ganz klein steht in Rot drauf. Also ganz kleine Schrift. Das kann ihn 10.000 Euro kosten. Und jetzt kommt die Schlagzeile, die mich zum Lachen gebracht hat. Ekel-Deutscher pinkelt am Ballermann von Ladendach. Und das ist diese Woche zwischen Ekel-Deutscher und Gündugeil. Irgendwo da ist diese Woche, über die wir heute auch sprechen werden. Ja, aber du, man muss es auch, ich finde auch als Feuerschutzmaßnahme auch sehen. Das ist, finde ich, eine Weiterentwicklung zu den Kegelbrüdern, die einfach aufs Ladendach ihre Zigarettenkippen schnitzen und sich wundern, dass da der ganze Laden brennt. Ist das nicht strittig? Nee, stimmt. Sie wurden ja freigesprochen. Ja, ja, die wurden freigesprochen. Jetzt kommst du wieder. Ja, ja, ja. Und jetzt müssen die wieder einfahren. Da haben die Spaner sich verguckt, dass das so war. Ja. Der ist von alleine, ist der Strip-Programm da. Das wäre für die, wäre das Gündo Kacke. Ja, das war richtig. Wenn die jetzt wieder einfahren müssen. Nur wegen mir, weil ich hier was Falsches behauptet habe. Das waren jetzt die längsten Minuten, in denen ich in dieser Woche nicht über die EM nachgedacht habe. Bist du so? Ich bin so im EM-Fieber. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Du bist doch immer auch in den Turnieren dann. Ja, aber ich empfinde ja keine Vorfreude. Und das habe ich ja schon mal erörtert. Also erwisch dich dann immer die Freude. Und dann auf einmal steht es 5-1 und dann merke ich, boah. Das war so geil. Dann sagen die Reporter, jetzt der Auftakt von 100 EM-Spielen oder 100 Stunden Fußball. Oh, geil. Ich werde keine verpassen. Und bisher habe ich gut durchgezogen. Also ich habe kein Problem damit, drei Spiele am Tag zu gucken, inklusive aller Vor- und Nachberichte. Wenn nur die scheiß Arbeit nicht wäre. Ja. Ab und zu muss man da hin. Aber das ist ja interessant. Also diese Abwesenheit von Vorfreude, das ist irgendwie beneidenswert. Nee, gar nicht. Nee, weil du siehst es ja nicht kommen. Das ist so, als wenn du praktisch alle schon in deinem, also als wenn du schon so eine Sprengladung in deinem Körper hast. Und dann kommt nur noch einer mit Feuer. Ja. Und dann macht es BAM. Weißt du so, man kriegt das nicht mehr mit. Das ist schon alles da. Und es muss nur noch die eine Flüssigkeit in die andere Flüssigkeit gekippt werden. Es ist einfach, ich erkläre es mir so, das ist für mich ein ewiger innerer Kampf, nicht enttäuscht zu werden. Ich wurde so oft enttäuscht im Leben. Ja, sicher nicht. Dass ich einfach weiß, nein, du freust dich nicht auf sowas wie die EM, weil da ist wieder Vorrunden aus, da 0-1 gekicke und irgendwas ist schief gelaufen. Nicht so. Es ist alles anders gekommen und jetzt kann ich Vorfreude empfinden, auch im Nachhinein. Also wie sagt man denn? Nachfreude. Nachfreude. Vor- und Nachfreude, alles in einem. Das heißt also, wenn das Auftaktsspiel jetzt nicht ein 5-1 gewesen wäre, sondern so ein 1-1 oder so ein 1-0 so hingekämpft, dann hättest du weniger EM-Freude? Ja. Bestimmt. Also das, was man beschworen hat, wochenlang davor und auch eigentlich vor und nach dem Spiel, dass man die ganz Deutschland entzünden will mit der Begeisterung, hat bei dir auch nicht Halt gemacht. Es war einfach mal, glaube ich, auch wichtig, dass das mal so ein Triumph war, so eine richtige Demonstration. Wo man sagt so, bumm, die dunklen Zeiten sind vorbei, wo wir hier, gestern noch drüber gesprochen, gegen Türkei im Olympiastadion 4-0 gekriegt. Ganz schlimm. Du hast gedacht, also warum überhaupt die EM ausrichten und so, jetzt das. Und außerdem, ich sag, ich bin den ganzen Tag bei X und es gibt ja ganz viele Idioten, also dieses Ding von der Stolzmonat wird ausgerufen und so. So eine Scheiße gibt es schon wieder. Nein, na ja, klar. Das habe ich Gott sei Dank gar nicht mitbekommen. Ich will nur sagen, man diskutiert ja im Zuge von EM, WM immer über Stolz, über Nationalstolz, gut, schlecht, ist das jetzt Kacke mit den Wimpeln oder ist das gut, Sommermärchen wird da noch reingemixt und so. Also ich muss sagen, also es gibt wirklich, wenn du so eine EM hast, dann kannst du auf was stolz sein und zwar als einziges, dass man irgendwie sich als guter Gastgeber präsentiert. Mir geht das Herz auf, wenn ich da Schotten mit Deutschen zusammen sehe, wenn ich sehe, eine deutsche Oma singt mit den Holländern vom Balkon runter. Diese Videos, das ist endlich mal was, wo man wirklich stolz drauf sein kann. Das hat aber auch teilweise verwunderliche Triebe. Also ich war ja in München bei diesem Eröffnungsspiel und wirklich in München sind 100.000 Schotten angereist und die waren überall in der Stadt zu sehen und die haben zwischendurch tatsächlich die Münchner Innenstadt leer getrunken. Das ist kein Witz, also kann man nachlesen. Sie haben alle Biervorräte aus Versehen ausgetrunken und es gab einen Bierengpass und diese Schotten, die sind erstens super, super witzig gewesen. Auch ganz viele im Schottenrock und irgendwie so traditionell gekleidet. Einer spielt in der Dudelsack und die anderen singen. Es war wirklich eine ansteckende Stimmung, aber es hatte eben auch komische Blüten, weil, um diesen Effekt zu haben, dass man sich als guter Gastgeber, gute Gastgeberin präsentiert, das hatten wir, die wir dort beim Spiel waren, auch so alle im Herzen. Wir wollten sagen, Mensch, guck mal, das ist schön hier in Deutschland, hier ist Völkerverständlich, wir zusammen machen jetzt hier ein großes Sportfest und das ist nicht gegeneinander. Und mit diesem Spirit sind wir ins Stadion gegangen und haben dann auch bei der schottischen Himmel genauso aufgestanden und haben mitgeschungelt. Das hat die schottischen Fans um uns herum auch sehr gefreut und sofort war man so im Kontakt und hat auch so mitgelitten und es war ein schönes Miteinander. Und man wird heimlich, still und leise zu so einer Art diplomatischer Abgesandter seines Landes, des Gastgeberlands. Man fühlt die Bürde, dass man jetzt dazu beiträgt, dass das hier ein gutes Fußballfest wird. Man fühlt sich verantwortlich, wie wenn in seinem Garten gefeiert wird. Und jetzt ist folgendes passiert, ich war mit Basti da und hinter uns saß ein ganz netter Schotte mit seinem Sohn und der war natürlich nach dem Einzelnen, war der wirklich zu Tode betrübt. Und der hat dann gesehen, dass Basti keine Zigarette mehr hat und der hat dann als Akt der liebe Basti angeboten, eine Zigarette ihm zu geben und die ihm anzumachen. Der Sohn? Nee, der Vater, der Vater, nicht der Sohn. Ich schaue nicht. Und Basti hat dann einfach, ach men, da ist das hier alles so schön, man hat sich so verbrüdert und hat dann diese Zigarette an und hat die dann so geraucht und dann hat der Schotte ihm von hinten auf die Schulter getippt. Und Basti dreht sich so, ja, hier, das Spiel und so. Nee, der wollte sich die Zigarette jetzt mit Basti teilen. So, jetzt war Basti in folgender Situation, er ist Botschafter einer ganzen Europameisterschaft, er ist direkter Abgesandter der UEFA. Er ist der Philipp Lahm mit Zigaretten. Er ist der Urdeutsche und ist er jetzt ein Ekeldeutscher, der symbolisch auf den Ballermann pisst oder ist er Gündo geil und sagt, hier, that's the spirit in Germany, we in Germany, we are gut drauf. Und dann hat er so gezögert und das alles in Millisekunden spielte sich in seinem Kopf ab, weil natürlich hat er auch einen gigantischen Ekel, einem wildfremden, sturzbesoffenen Schotten eine Zigarette zu teilen. Und ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer weiß, wie man eine Zigarette raucht, aber man raucht sie mit dem Mund und Speichelaustausch ist durchaus nicht, also ausgeschlossen. Das ist den meisten Rauchern egal. So, und dann gibt er die Fluppe nach hinten und in aller Eintracht, ich sitze daneben und komme eigentlich aus dem Lachen nicht mehr raus, rauchen sie zusammen dieses Friedenspfeifchen, diese Fluppe. Und da dachte ich, ja, wunderbar, so ist es. Jetzt ist er tot. Dann tippt er wieder auf die Schulter und dann wollte er die nächste Fluppe mit Basti teilen. Ach, der hatte noch welche. Nein, der Schotter hatte die Fluppen, Basti nicht. Ja, aber der hätte jedem eine geben können. Also das heißt, das war wie Blutsbrüderschaft mit Spucke. Na, aber das war gar kein Symbol, sondern das war aus der Sicht des Schotten, war das die klarste Idee, wie man jetzt diesem netten German Man aus der Patschrift, dass er keine Zigarette mehr hat und er hat dann jede Zigarette mit Basti geraucht und dann hat er Basti noch umarmt und ist kurz weggegangen. Und dann habe ich mir vorgestellt, was passiert jetzt? Das holt er Eiskonfekt, will er sich mit Basti noch einen Capri teilen oder will er noch so mit ihm so einer Spaghetti zu zählen, bis sie sich in der Mitte küssen. Und das Witzige war, das habe ich auch mit Basti geteilt, dass ihm völlig klar war, egal was der Schott jetzt bringt, der Weg ist beschleunigt. Er kann jetzt auch nicht mehr sagen, nee, jetzt ist mir fies nach der dritten Zigarette. Und das ist dann witzigerweise nicht passiert, aber ich will sagen, also diese Gastgeberbürde, die trägt seltsame Blüten. Also wenn man immer mal einen Basti in der Stadt sieht, also er ist bereit, sich alles mit wildfremden Menschen zu teilen. Ja, aber ich finde das... Hätte ich genau so gemacht. Echt, ja? Ja, gar keine Frage. Wirklich? Ja, ja. Ich muss dir sagen, also ich rauche ja nicht und habe nie geraucht, aber das wäre mir zu eklig. Nee, nee, das machen aber alle, wenn du wirklich, wenn du hier in dem Laden hier, wie heißt der da im RRW-Gelände? Florida TV. Nee, andere Siff-Laden. Achso. Zum schmutzigen Hobby. Ja. Da kann ich mich noch an so Zeiten erinnern, wo wir da alle mit der Redaktion noch waren. Das ist so ein halb queerer Laden hier auf dem RRW-Gelände und irgendwie witzig und aber auch... Ja, gerade weil es ein queerer Laden ist, wussten wir, wenn wir Aufzeichnungen hatten, egal ob die halt an einem Mittwoch, das letzte Mal waren oder so. Man kann da zu jeder Tages- und Nachtzeit hin und da ist immer schon eine sensationelle Grundstimmung. Ja, ja, genau. Das ist immer witzig da. Genau. Und da kann man dann hingehen und ich kann mich da an Zeiten erinnern, wo man dann so morgens um drei oder vier und dann ist es egal. Ja, völlig. Das ist egal. Das war da, wo du diesen Holländer geküsst hast. Ja, ja, ja. Da in der Nacht. Kein Problem. Und da war nicht mal eine Zigarette zwischen den beiden. Naja. So, und das ist einfach, irgendwann ist es wurscht so. Und ich finde, als Raucher ist es einem sowieso egal. Da hat es gefunkt. Da hat es wohl gefunkt. Und das war außerhalb der EM. Da hat der Völkerverständlich einfach so gemacht. Ich weiß es nicht, warum. Also nicht wegen, ich finde das mit dem Holländer gar nicht so irritierend wie das mit der Zigarette. Also warum? Also warum? Nee, ich sage, es gibt irgendwann den Moment, wo man diese, also diese Kontakt, also die Stimmung ist dann einfach so gut, dass einem das halt egal ist. Und das finde ich auch gut. Ja, aber ich glaube. Auch wenn die fremd sind, so ist es doch egal. Schmidt, die ist ja kein Raucher, du bist Ex-Raucher, Klaas, aber das ist für mich als ein absoluter Nichtraucher. Aber ihr, für euch hat, bitte, tretet nochmal innerlich zurück. Es hat für euch eine Selbstverständlichkeit, die für mich komplett absurd ist. Ja, aber du bist aber auch vor vielem fies. Naja, aber es ist, als wärt ihr ein Stamm, irgendwo indigener Stamm, der seine verfeindeten Stamm isst. So kommt mir diese Nachricht vor. Und die würden wahrscheinlich sagen, ist ja normal, wir haben jetzt gewonnen gegen die und dann essen wir die noch schnell auf und weiter geht's. Das sagt aber natürlich viel über dich aus. Du bist, es gab immer Kinder, die andere beim Sport oder beim Spielen aus ihrer Flasche haben trinken lassen und dann gab es welche wie dich, die das nicht gemacht haben. Wir hatten hier bei Wer steht mit der Show, da gab es nach der Show so ein Schnäpschen, das ist Tradition für die Redaktion. Und dann waren ganz viele Gläser auf dem Tisch und da hat man sich einen eingeschenkt und weg. Und da hast du auch so einen Zenova gemacht. Bei einer normalen Flasche sage ich, habe ich kein Problem. Es gab aber einen meiner... Es desinfiziert ja. Ja, das stimmt schon, ja. Es gab einen meiner Kinderfreunde, der hat etwas gemacht, der hat aus der Punica Superschluck, wenn ihr die kennt, das ist eine ganz große Öffnung. Und da wusste er nicht, wie der daraus trinken soll, ohne dass ihm die Punica in die Nase läuft beim Trinken. Ja, das war aber wirklich schwierig. Und deswegen hat er seinen ganzen Mund um die Punicaöffnung rum gemacht und hat dann so mit einem großen Hub, hat er dann praktisch sich so ein Viertel Punica reingeschüttet. Also einen Superschluck. Einen Superschluck ist aber natürlich beim Wiederabsetzen der Flasche ist natürlich die halbe Punica-Oase zurückgelaufen in die Flasche, was gar nicht anders geht mit dieser Technik. Dann hat man zwar einen normalen Schluck genommen, aber die Flasche wird irgendwie nicht leerer, sie wird nur irgendwie heller. Ekel-Eppe. So, und da habe ich dann auch gedacht, du, Sven, trink alleine. Haben die sich da die Zigarette geteilt? Ich finde es gut. Also ich glaube, da in dem Mund von dem Schotten kann nicht viel Schädlicheres sein als in der Zigarette. Aber wisst ihr, was ich witzig finde? Ich weiß nicht, ob das schon so ein Ding ist, was man schon sich überlegt hat oder so. Weil ich bin jetzt nicht so ein riesen Fußball-Experte. Manchmal kommen die Sachen ein bisschen später bei mir an. Es gab doch ein Spiel, wo sich zwei aufs Maul gehauen haben. Beziehungsweise irgendwie eine Fangruppe saß im Café und war also ganz friedlich, sehr besoffen. Und dann kamen die anderen und haben gesagt, da sind die. Und dann haben die mit so Plastikstühlen auf die eingeschlagen. Wie sich das gehört auch so ein bisschen. Also gibt es ja auch immer diese Plastikstuhl. Ja, gibt es, aber genau. Gehört sich nicht, aber irgendwie gehört dazu, leider. Ja, korrekt. Und dann ist das vorher eingeschätzt worden als Hochrisikospiel. Da wussten die schon vorher, da wird es knallen. Dann hat sich die UEFA überlegt, wo richten wir dieses Spiel aus? Und haben sich für Gelsenkirchen entschieden. England-Serbien war die. England-Serbien. Haben die sich das überlegt nach dem Motto, weil da nicht so viel kaputt gehen kann? Ich glaube schon. Weil die denken, die kloppen sich da, aber es ist ja egal, weil es sieht also nicht anders aus danach. Ich glaube, einerseits haben die gesagt, die Engländer werden sich heimisch fühlen. Weil es ist nicht anders als Burbleboro oder so in England. So sieht es genauso aus. Und genau, da kann kein Schaden eintreten. Ist egal. Die haben so gesagt von der Eva, ist egal, mach mal. Ist egal. So wie wenn du so eine Spielhose anziehst. Die dreckig werden darf. Oder zum Malern die alte Jogginghose. So ist das. Ist egal. Mach ruhig. Gelsenkirchen ist die alte Maler-Jogginghose unter den Städten. Die darf ruhig dreckig werden, stört keinen. Nie begrüßt nach Gelsenkirchen. Natürlich. Also der Typ, der dann nachts um vier im Stadion wach geworden ist, der ist... Der war auch in Gelsenkirchen, ne? Ja. Wie war das jetzt? Der ist unter dem Sitz eingeschlafen. Den haben sie da dann liegen lassen. Der ist tot oder was? Der hat ein bisschen viel Leitbier getrunken. Es war ja auch auffällig, dass bei dem Spiel war Hochrisikospiel, Sicherheitsspiel, wie immer. Und deswegen gab es nur reduziertes Bier. Also Leitbier für die Engländer, ne? Herrlich. Wie dumm. Und das hatte auch zur Folge, dass, glaube ich, bis kurz vor Anpfiff kaum jemand im Stadion war. Und dann hat der Reporter immer gesagt, die kommen gleich, die kommen gleich. Keine Ahnung, ob es vor dem Stadion noch richtiges Bier gab. Die können nicht die ganze Stadt da, die können nicht in jeden Späti gehen und da die Kühlschränke austauschen. Also ich habe so eine, wie sagt man denn, ich will nicht Hass sagen, aber doch Hassliebe zu den englischen Fans. Und das ist irgendwie natürlich der größt anzunehmende Rivale, fußballerisch so. Und auch von der ganzen Geschichte mit Wembley, Tor und Co. Und die sind halt so asozial und gleichzeitig aber auch, die haben so trollige Momente. Und das trifft so. Also irgendwo zwischen, wir hauen natürlich hier irgendwie, hauen wir uns da in so einem Café kaputt und singen irgendwie so ein Lied über den Zweiten Weltkrieg natürlich. Und dann aber auch wieder ein Engländer, der halt irgendwie da im Stadion einpennt und um vier Uhr nachts alleine wach wird, im leeren Stadion. Das ist alles, finde ich, ja. Ja, aber für alle, die praktisch in Great Britain sich nicht so auskennen und für die Commonwealth jetzt einfach mal so eine Sammelbezeichnung ist, dann einfach mal die Engländer und die Schotten mal vergleichen. Ja, unterschiedlich. Ja, ist unterschiedlich. Muss man sagen. Was wirklich auch noch eine interessante Erfahrung war, ohne jetzt irgendwie so spielspezifisch zu werden. Man ist dann in so einem Stadion und man ist vollgepumpt mit Euphorie. Also weil da geht ja so das Spiel und man ist wirklich, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Klar, auch als Hertha-Fan ist man einfach grundsätzlich selten vollgepumpt mit Euphorie. Es gibt einfach seit Jahrzehnten keinen Anlass. Aber da ist ja so, da geht so ein Turnier los und du willst auch, dass die Mannschaft gut startet und du willst sie auch gern unterstützen. Also man hat so richtig das Gefühl gehabt, jeder hat jetzt auch heute einen Job. Also man will alles rufen, was sie irgendwie anfeuert und alles, auch jeden Gesang, alles mitmachen. Dann ist aber super schnell aufgefallen, während die Schotten haben so richtig, die haben wahrscheinlich so ein Telefonbuch-Dikt, so ein Liedbuch, was sie alles singen können. Die haben 100 Millionen Lieder und ein Banger nach dem nächsten Mal richtig Bock. Und man muss immer aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen die Schottenlieder mitsingen und die Falschen anzufeuern. Das wäre ja fatal. Und dann fällt aber auf, dass wir aus irgendwelchen Gründen, anders als in den Bundesliga-Stadion, wo ja jeder Verein hat bestimmt zehn coole Lieder und die werden so runtergesungen in unterschiedlicher Reihenfolge, dass für die Nationalmannschaft gibt es leider nicht so coole Lieder. Und man hat so gemerkt, da ist eine riesen angestaute Energie von den Leuten im Stadion und die soll jetzt rausgesungen werden. Und alle Fans sind ja hauptberuflich Fans von ihren Mannschaften. Da kennen sie ihre Lieder, wissen sie, was gemacht wird. Und da sind sie alle so, jetzt singen wir das Lied. Und dann fällt auf, es gibt drei Lieder. Und die gehen alle wie folgt, auch textlich seltsam. Hey super Deutschland, wir singen, hey super Deutschland. So, fertig. Lied 1. Dann gibt es Deutschland, Deutschland. Und das wiederholt man dann, ne? Diese zwei Lieder. Das ist das ganze Lied? Das dritte Lied geht noch. Deutschland ist der geilste Club der Welt. Der Welt. So, und dann kann man noch singen, das war natürlich gar nicht schlecht, schon nach 20 Minuten, so ein Tag so wunderschön wie heute, ne? Gibt es auch noch? Und das sind vier Lieder, die aber inhaltlich, würde ich jetzt sagen, gerade die ersten drei, von der Botschaft sich wenig unterscheiden. Dass Deutschland gut ist im Fußball. Also genau, es geht im Grunde darum zu sagen, man singt das Land, von dem das die Nationalmannschaft ist. Deutschland. Und es gibt keine witzigen Botschaften, es gibt so kein Lied, wo man so ein bisschen stolz wird, weil es irgendwie so ums Ecke da lustig ist. Oder es gibt auch kein Lied zu einem Spieler, dass man irgendwas über den singt, dass er so witzig ist oder dass er so eine Legende ist. All das, was man gerne gesungen hat. Ich hätte gerne 19 Minuten Toni Kroos Lied gesungen. Wie cool er ist, wie da jeder Pass ankommt. Es gibt nichts. Ja, das könnte man, also das ist jetzt zu spät, aber das, und jetzt war für Toni schon mal komplett zu spät. Und bitte ist es auch kein Kreativ, auch wo wir jetzt so für witzige Fernsehendungen jetzt da irgendwas draus, das ist nicht nötig. Aber es müsste irgendwie... Es hätte sich entwickeln müssen, ohne dass da jetzt so ein paar Arschlöcher in so einer Redaktion oder einer Agentur sitzen. Oder das hundertste Mallorca-Assi-Lied machen auf irgendeinem Land, da habe ich auch keinen Bock. Das meine ich nicht. Nein, das muss irgendwie so schon da gewesen sein, sozusagen. Und man darf nicht wissen, wo es herkommt, weil sonst irgendwie der Charme oder die so diese, das so verloren geht. Weil man so das Gefühl hat, das hat sich so ein witziger Comedy-Mann ausgedacht. Dann macht es keinen Spaß. Aber oft geht es ja trotzdem auch in dieser Weise auch schief. Wenn die Deutschen dann mal probieren, so witzig um die Ecke was zu machen, dann ist es entweder so herabwürdigend anderen Nationen gegenüber, dass man sich danach entschuldigen muss, wenn man dann irgendwie so sagt, wie die Spanier gehen am Brandenburger Tor. Ja, halt kacke. Und da denke ich mir ja dann... Das ist auch null witzig zum Beispiel. Es ist exakt nicht witzig. Und man kann es auch nicht sagen, auf einmal sind wir witzig. Ich meine, da muss man doch auch das machen, was man... Die Engländer, die sollen mit ihren weißen Plastikstühlen werfen, weil das haben die im Urlaub schon geübt auf Ibiza. Ja. Das können die. Marga Luv Mallorca auch. Da braucht man nicht alle Zähne für. Das kann man auch einfach mit den Händen. Und die Schotten sind halt gut drauf. Ich habe wirklich da tolle Sachen gesehen. Wie so zwei Schotten bei strömendem Regen so einer alten Frau auf dem Rollator den Schirm gehalten haben. Die haben sich also benommen wie der Keanu Reeves unter den Fußballfans. Ja, und auf der anderen Seite ist einer gestern in Köln nackig in den Rhein gesprungen. Ja. Einfach so. Ja, Mensch. Ja, finde ich gut. Warum nicht öfter? Übrigens nochmal... Ich glaube, der Rhein ist sehr gefährlich und das sollte man bitte nicht reinspringen. Ja, das hat aber jetzt, ich glaube, vor drei oder vier Wochen ist Klaus Töpfer gestorben, der damals als Bundesumweltminister durch den Rhein geschwommen ist, um zu zeigen, wie sauber er ist. Ja, aber er hat auch schlimme Strömungen, bitte nicht machen. Ja. Also ja, die Schotten, kann man sagen, die sind jetzt schon die Lieblinge des Turniers, weil sie so witzig sind und sie werden uns fehlen nach der Vorrunde. Na, wer sagt das denn? Das liegt ja auch an uns. Ja, aber es ist nicht so, wenn Deutschland schweiz besiegt und Schottland gegen Ungarn gewinnt, dann können sie unter den besten Dritten kommen. Aber das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Abwarde. Ja, wollen wir den Fußballblock noch insofern abschließen, dass sich auch Toni Kroos noch bei uns gemeldet hat? Wollen wir das noch anhören? Hat er? Er ist sicher, dass... Ja, hallo, liebes Baywatch Berlin-Team. Schöne Grüße erstmal hier aus Herzogenaurach. Ich habe natürlich mit Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass Klaas unser geliebtes Fußballturnier in Deutschland egal ist. Aber gut, das ist ja jetzt keine große Überraschung. Ich habe allerdings auch mit großem Vergnügen natürlich vernommen, dass er bei einem möglichen Fünftore-Sieg im Auftaktsspiel gegen Schottland sich dann doch bereit erklären würde, eine kloppsche Motivationsrede an uns zu halten. Und ja, bisher hat sich da noch nichts gerührt und das würde ich dann doch gerne jetzt mal hier einfordern. Würde das natürlich auch dann so weitergeben. Beziehungsweise bei uns, bei Luppen natürlich dann auch gerne mit einbauen. Und dementsprechend kann ich nur sagen, Herr Häufer-Umlauf, wir warten. Dazu noch kleine Randbemerkung. Du hast ja, du wurdest ja von uns gezwungen, deine Motivationsrede fürs Auftaktspiel zu machen. Letzte Woche. Und die war ganz, 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 ganz lausig. Also jetzt nicht nur irgendwelche ahnungslosen Phrasen, sondern die war auch ganz lausig, was so die Motivation angeht. War nicht pathetisch oder so. Und dann hast du, irgendwann wurdest du sauer, während du die Rede gehalten hast, dass du überhaupt diese Rede halten musst. Dann hast du gesagt, die sollen erst mal fünf Tore schießen, dann reden wir weiter. Genau. So, jetzt haben sie fünf Tore geschossen. Hat der Toni, hat das extra, stimmt, in Wirklichkeit sechs, hat das extra gut gespielt, damit er dir praktisch deinen Maul stopft, damit du jetzt tätig wirst. Das ist jetzt mal eine richtige Rede von dir. Ich mach das zum Abschluss, ich mach das zum Abschluss, weil sonst ist das nicht mehr im Kopf und so. Ich mach das einfach zum Schluss. Und bedenke, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Nationalspieler diese Rede hören, entweder bei Toni und Felix, bei Einfach mal luppen, die grad wirklich fantastische Sonderfolgen machen, die wir grad jeden Tag, wenn sie erscheinen, den Tag versüßen, weil man wirklich wunderbare Einblicke, wirklich aus dem Herzen des DFB bekommt und auch all das, was Felix rundherum erlebt, das hält nämlich das WM-Fieber am Laufen. So ein richtiger Turbo fürs WM-Fieber und du kannst diese Rede halten und dann wird das da abgespielt und natürlich auch hier. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Mannschaft das hört und dass du nochmal top motivieren kannst vor dem Spiel gegen die Schweiz. Der Nagelsmann, der plant da fünf Minuten ein vorm Spiel. Vielleicht sagt er, hier ist die Boombox, die UE-Boom, dann machst du Handy verbunden und dann kommt deine Rede, Klausi. Aber können wir die vielleicht, kannst du, wenn die gut ist, ne, dass du die nicht für die Schweiz verschwendest, weil wir sind durch. Ja, stimmt. Also fürs Achtelfinale. Die kann perspektivisch bis zum Achtelfinale reichen. Ist das jetzt eigentlich egal, wer Gruppen Erster oder Zweiter sind oder so? Nein. Ja, egal, ist da gar nichts. Also wir sind der Zweite, das ist die gute Nachricht. Aber Gruppen Erster werden wir, wenn wir jetzt gegen, wenn die Schweiz jetzt gegen uns gewinnt, sind dann die Schotten noch dabei? Naja, hm, weiß ich auch nicht ganz sicher. Ich glaube. Nee, dann nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, nein. Ich glaube, dann ist die Schweiz sogar Erster, kann es sein? Nein. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Die haben noch gar nicht, die haben einmal gewonnen und dann hätten die auch zweimal gewonnen. Aber wir hätten das bessere Torverhältnis. Das finde ich, glaube ich, entstanden. Nee, die haben aber dann sieben Punkte und wir hätten nur sechs. Ah ja, ah ja, okay. Aber was hat mir jetzt den Vorteil, ob man Gruppen Erster, Gruppen Zweiter ist? Man kriegt dann etwas schwächere Gegner zugelost. Ach so. Aber als Gruppen Erster kriegst du im Viertelfinale wäre theoretisch Spanien. Gut, ja, irgendwann müssen wir mal richtig ran. Das ist so. Ach so, das waren jetzt alles nicht richtige Mannschaften? Doch, schon. Doch, die Ungarn waren gut gestern. Ah ja. Aber wahrscheinlich geht es, ich glaube, gegen Dänemark jetzt dann im Viertelfinale. Ja, das klingt scheiße. Ja, die müssen wir eigentlich. Also, weil das sind ja nicht so viele. Da finden ja auch nicht so viele, die Fußball spielen können. Das ist so wie Island, wo die einfach die zwölf Besten schicken. Ja, die nicht übergewichtig sind, werden aufgestellt. Wo jeder praktisch einen in der Familie entbehren muss. Ja, genau. Jeder muss sagen, wer von uns muss zur EM. So wird es in Island besprochen. Hier, Tjore, du gehst. Ja, okay, mache ich dann irgendwie später da. So ist es. Ich habe... Mache ich später. Ja, oder? Ja. Am Ende da fürs Achtelfinale, da schenke ich den einen ein, da motivationsmäßig. Ist ja kein Problem. Hat der Nagelsmann wirklich ein Swat-Team zum Training bestellt? Habt ihr das gehört? Habe ich mich verlesen? Hat der die geswattet? Das darf man nicht. Das ist ein Internet-Trend. Was heißt das denn? Der hat so eine Elite-Einheit. Ich erinnere mich auch dunkel daran. Es gab so ein Video, wo so ganz viele vermummte Polizisten auf dem Trainingsgelände waren. Da wurde geredet, ich habe jetzt... War das ein Gag? Hast du gar nicht geträumt? Nein, ich habe gehört, dass Nagelsmann als Motivation statt Scherben laufen, wie es der Daumen damals gemacht hat. Der hat ein Swat-Team da anbestellt und hat der Mannschaft gesagt, so blindes Verständnis müsst ihr haben, wie die. Ah, im Einsatz. Solche Kommandos, kurze Kommandos, wie die, die, die. Und dann standen da auf einmal so schwerstbewaffnet Vermummte auf dem Trainingsplatz. Weiß ich nicht, ob mich das so motivieren würde. Ja, aber... Habe ich das geträumt? Weiß ich nicht, also wahrscheinlich nicht. Konzip-Pfeifer, habt ihr das auch gehört? Ja. Ah ja, okay, sehr gut. Das scheint wirklich wahr zu sein. So werden Quellen geprüft. Konzip-Pfeifer? Habt das, ja, so war's. Ja, das ist genau, das war früher, immer beim Duell um die Welt, wisst ihr noch, wenn wir für das andere Team uns praktisch Sachen ausgedacht haben. Wenn ich für Team Joko mir irgendwelche Sachen ausgedacht habe, war ich ja nicht ganz alleine, sondern da waren immer so Menschen, die wochenlang halt in der ganzen Welt rumtelefoniert haben. Wo ist was scheiße? Wo ist was scheiße, wo sind irgendwie so verrückte Deutsche abgehauen und lassen sich das Geld aufs Konto der Frau überweisen und bieten jetzt irgendwie Drogentrips im Dschungel an, so zum Beispiel. Und währenddessen balanciert man noch über eine Schlucht. So, wo kriegt man sowas? Und dann kommen die. Und dann war es so witzig immer, dass, das war so ein Team, auch aus verschiedenen Mitarbeitern. Und dann hab ich dann gesagt, hm, weil wir haben immer nach Sachen gesucht, die also irgendwie gefährlich sind, aber nicht so gefährlich, dass dann wirklich einer stirbt. Das heißt, es ist immer ein schwieriger Grad, hat auch nicht immer gut hingehauen, manchmal war es dann doch zu gefährlich am Ende. Aber es war immer so der Tanz auf Messerschneide, sowas zu finden. Und dann hab ich immer gesagt, ist denn das gefährlich? Und dann wurde in so einem Meeting ganz sachlich gesagt, die Gefahr wird als gering eingeschätzt und dann ging's weiter. Das stimmt. Und dann wurde, die Gefahr wird als gering eingeschätzt und dann haben wir gesagt, gut, wird als gering eingeschätzt, ja. Dann haben wir das abgehakt, grün hakt nach hinten. Okay, schicken wir ihn da also in die Gondel nach China und dann soll er, ne, in dem Fall war ich das. So, und dann ist das so? Ja. Und dann hab ich am Ende des Mietes mal gefragt, ihr habt ja gesagt, die Gefahr wurde als gering eingeschätzt. Von wem denn? Und dann haben die so auf einen gezeigt und dann gesagt, hier, von Stefan. Und hat einer der Redakteure das als nicht so gefährlich eingeschätzt? Im Land des TÜVs und der Sachverständigen, ne? Ja, von Stefan wurde die Gefahr als gering eingeschätzt. Ist Stefan ein Stuntman? Ne, der ist Comedy-Autor. Achso, aber kann der gut Gefahren einschätzen? Ja, offenbar. Ja, offenbar. Ja, aber der Trick hat ja acht Jahre funktioniert und dann hattet ihr keinen Bock mehr, ne? Da hatten wir keinen Bock mehr, genau. Nachdem ihr das rausgefunden habt, war das rum. Ja, weil die Gefahr wurde oft fehl eingeschätzt. Das ist übrigens das Erste, wo ich vom Fernsehen aus dem Inneren des Fernsees heraus, also bei der Arbeit hier, desillusioniert wurde. Weil ich habe als Zuschauer, als Jugendlicher immer gedacht, und das fand ich auch schön, das im Fernsehen ist alles perfekt. Also da ist alles edel, da werden nur die besten Sachen serviert und die sehen toll aus und das ist alles schön und toll. Und wenn in so einer Sendung wie Duell dann vergleichbare Sendungen früher liefen, dann habe ich gesagt, das ist für mich gar nicht so spannend als Zuschauer, weil die haben das millionenfach gecheckt und geprüft. Und das ganze Geld geht dahin, dass das todessicher ist. Natürlich durch Dramatisierung und die Erzählweise wird das dann extrem übertrieben und dann am Ende ist das interessant für Zuschauer. Und ich war wirklich bas erstaunt bei unserer ersten Duellreise und das war diese Situation mit der Gondel. Da wollte ich mich gerade erziehen, das habe ich nämlich auch noch aus meiner Perspektive. Ja, kannst du gerne, dann will ich gar nicht vorgreifen. Nee, nee, erzähl ruhig. Dann sage ich es pauschaler. Erzähl ruhig. Okay, also wir fahren da wirklich stundenlang, auch super witzig, in so einem ganz mini kleinen Bus. Ja, diese schmalen Busse. Das ist ganz, also da konnte keiner von uns drin auch nur kniend stehen, sagen wir mal so. Du hast da auf meiner Schulter gepennt, das weiß ich noch, es geht durch das Hinterland von China, da liegt der grüne Tee zum Trocknen auf der Straße, muss man aufpassen, dass man weder die Frau, die den Trocknen überfährt, noch den Hund und so. Und dann hat er kurz angebremst, nämlich genau bei diesen wunderschönen Tee-Plantagen, das sieht wirklich aus wie im Film. Und dann hält er kurz an mit dem Bus, dann denke ich, was macht er? Macht die Tür auf, leert den Müll einmal aus, macht die Tür wieder zu, fährt weiter. Aber da liegt noch eine tote Schlange im Reisfeld und also auch wirklich landschaftlich wunderschön, man ist aber entsprechend natürlich auch fix und fertig. Und dann kommen wir an, da ist eine gigantische Schlucht, einen Beitrag kann man sich vielleicht nochmal anschauen, ist eine Empfehlung. Und da ist alles rostig, denn da fährt ein Kasten, ein Metallkasten, ein rostiger Metallkasten, an einem rostigen Seil. Und dieser rostige Kasten dient dazu, ein komplettes Tal, ich weiß noch, wie tief das war? 400 Meter. 400 Meter in der tiefsten Tiefe von einem Berggipfel zum anderen zu überqueren. Eine Strecke, für die man, ich glaube, damals hat er gesagt, sonst so eine Woche oder irgendwie so zehn Tage braucht. Man muss halt runterklettern und wieder hochkommen. Genau, also das hat auch den Nutzen, diese Orte zu verbinden, aber jedes Mal um den Preis des eigenen Lebens, muss man sagen. Weil dieses ganze Ding wird nicht von Stahl zusammengehalten, sondern von Vertrauen darauf, das wird schon gut gehen, wird schon halten. Und da kommen wir an und es ist sofort klar, das ist, also allein nur damit zu fahren, und du kannst ja vielleicht nochmal erzählen, was dann geplant war, ist lebensgefährlich. Ja gut, es ist halt das Duell um die Welt so, ne? Und wir wussten vorher, da sitzt halt einer der chinesischen Seilbahnmitarbeiter, klingt zu viel für das, was es war, aber saß da und hatte so einen kleinen Motor, den er mit Benzin betrieben hat. So ein Rasenmäher. Ja, so ein umgebauter Rasenmäherroboter an dem, an die Roboter nicht, aber so ein Ding. Und da hing so eine Kette dran, wie so eine Fahrradkette, und die hat praktisch das dann so betrieben. Ja. Und so konnte man dann rüberfahren und es hing ja dieser Kasten da. Genau, und das war eben alles jetzt nicht brandneu. Nein, das war wirklich nein. Das war auch oft benutzt, aber es war auch geölt. Und das war, die ganze Umgebung war ein winzig kleines Dörfchen und ein karger Landstrich. Da war also sowas wie TÜV oder dass da wenigstens alle fünf Jahre so einer vorbeiguckt und sagt, ich mach mal so ein paar geübte Angriffe und schau, ob das alles noch das war. Da war nicht dran zu denken. Keiner nachgeölt. Nie und nimmer. Die Idee war, Gondoliere zu sein, weil das Ding eine Gondel war. Das heißt, ich war angezogen wie ein Gondoliere und ich sollte mich da oben drauf stellen, ich sollte rausklettern aus dem Kasten, mich oben drauf stellen und O Sole Mio singen. Und während der Kasten über der Schlucht hängt. Ja, genau. Und wir hatten aber, das war ja die erste Duellreise, wir hatten natürlich was zum Sichern dabei, nämlich das Kletterseil, was wir in Moskau gekauft haben, mit dem ich mich später auch hab von Michael Silmerzidis in den Vulkan abseilen lassen. Das war ein Multifunktions-Kletterseil, was wirklich uns gute Dienste geleistet hat. Ich weiß nicht genau, wie man sich so sichert, also hab ich mir einfach einen normalen Knoten da reingemacht, hab mir das um den Bauch gemacht. Aber Moment, da geht's doch schon los. Es geht doch da los, dass man denken würde, als Zuschauer, es ist ein Stuntman da, der ein sogenanntes Geschirr anzieht, der so verschiedene Seile, der dich vielleicht auch noch sichert, dass wenn du rausfällst, dass du dann irgendwie an den Felsen klatschst und man dich hochziehen kann oder der die Knoten kennt, die dafür notwendig wären. Ich war an der Gondel festgemacht. Also, das war einfach ein Seil. Nochmal, das hatte auch keine besonderen Eigenschaften, das hatte auch kein, weil es war nicht speziell, es war ein Seil, was man an so einer Rolle in jedem Obi sich selber abschneiden kann. Und das hat Michael Simazidis in Moskau abgeschnitten. Er hat aber zwei zu kurze Seile abgeschnitten, deswegen später, als wir ihn da in den Vulkan geschubst haben, da haben wir auch die Seilen noch zusammengeknotet. Und Michael Simazidis, der Name ist jetzt ein paar Mal gefallen, liebe Grüße nach Köln, ist auch kein Stuntman. Der ist Aufnahmeleiter von Beruf. Ja, und der ist zum Beispiel... Und wie alle beim Fernsehen, hat das, bedeutet das, keine Vorbildung. Ja. Also, das ist ja völlig klar. Ja. Also, Lirum Larum, wir saßen da, sind da wirklich zehn Stunden hingefahren in diesem Bus da, ohne Federung und alles und sind da teilweise einen Meter hoch geflogen beim Schlafen, nachts über eine Buckelpiste und so. Also, das war echt beschwerlich, da hinzukommen. Wir wollten einfach das machen, ne, Schmidt? Und wollten das aufnehmen. Es ging um einen Punkt, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Aber es ging auch darum, wir sind da ja ganz hingefahren. Also, der ganze Aufwand, den man bereits betrieben hat. Ja, aber wichtig war schon der Punkt nicht, dass wir da 30 Stunden hingefahren haben. Der Punkt ist super wichtig. Ohne einen Punkt fühlt sich das Leben nicht mehr schön an danach. Exakt, ja. Und dann sind wir da hin und wollten das jetzt machen und hatten alles im Anschlag. Schmidt hier hatte seine spektakulären Kameraeinstellungen geplant. Schmidt hier hatte immer dieses Blair Witch Project Ding. Sobald er durch die Kamera guckt, denkt er, dass er gar nicht mehr da ist. Da ist er eigentlich im Schnitt schon. Nein, 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 dann ist er eigentlich in der Kamera. Ich habe kein Gefühl für Gefahr, sobald ich eine Kamera in der Hand habe. Das hat mir sehr geholfen. Sobald du da durchguckst, hast du keine Angst mehr, du hast keine Höhenangst, nichts. Du musst ja dann auch meistens mit, weil einer muss es filmen und so. Und das war die Zeit, in der du halt da mit musstest immer. Und dann weiß ich noch, wie du da, du hast dann da einen sogenannten Aufstand gemacht. Ja. Ganz alleine auch, das rechne ich dir hoch an, dass du auch bereit bist. Das waren noch andere Zeiten, da habe ich einfach so gedacht, was rät die Vernunft? Und habe gedacht, das fasse ich jetzt einfach nochmal in Worte zusammen. Ja, so genau, so kann man das theoretisch sagen. Aber du hast dich da hingesetzt, weiß ich noch, bockig, hast du dich auf einen Stein gesetzt und hast gesagt, das ist lebensgefährlich, das machen wir auf gar keinen Fall und du willst nicht die Verantwortung dafür übernehmen, uns nicht zurückgehalten zu haben und du wirst uns jetzt zurückhalten. Das hast du gesagt. Ähnlich war es, ja. Ja, war so. Und du warst stinksauer, weil du dachtest, ich brauche ja diesen Punkt. Halt die Fresse, es braucht jetzt niemanden, der sagt, dass das gefährlich ist. Ja. Es braucht jetzt Leute, auch wie dumm von dir, die sagen, Klaas, du bist der Beste, du schaffst das. Überleg dir das mal. Einer sagt, pass auf, ich spiele jetzt russisch Roulette mit den netten Leuten hier. Und dann sagt einer, Klaas, da ist eine Kugel drin, es kann sein, dass du tot bist. Und dann sagt er, aber spinnst du? Du sollst mich ermutigen. Komm mal hier, Schmitty, klar, Hass, klar, Hass. Richtig sauer. Ja, da war ich sauer, weil das war der falsche Zeitpunkt. War ich das erste Mal bass erstaunt. Das war der falsche Zeitpunkt. Das war der falsche Zeitpunkt. Ja, das war der falsche Zeitpunkt. Bevor man über die Schlucht sich hängt und aus dem Kasten aussteckt mit einem Baumarktseil, war der falsche Zeitpunkt. Du hättest das zu Hause sagen müssen. Man kann da nicht ganz hinfahren. Ja, ja, das stimmt. Und dann da anfangen, dass auf einmal, dann fängt man an. Das hatte ich in Norwegen aber auch von nichts abgehalten, dass ihr da extra hingefahren seid. Da war in Finnland, aus dem war das kalt. Und es ist, aber wenn man dann da vor Ort ist, ich finde, das ist zu spät. Da braucht man jetzt nicht anfangen zu sagen, ab jetzt denken wir hier nach. So, weil die Kategorie, die ganze Zeit spielt das keine Rolle. Und auf einmal so, halt, stopp. Jetzt denken wir, wie wir das zu Hause machen würden. Dann funktioniert die ganze Show nicht. Ja, damals war es halt so, ja. Es gibt so eine gewisse Mentalität. Ich habe irgendwann in Chian im Hotel, sind wir losgezogen und wollten, weißt du das noch, wollten wir Steak essen. Und dann sind wir da in einem Hotel rumgelaufen und haben gesagt, do you have steak? Und dann hat sie gesagt, snake. Ja, klar. Und unsere Mentalität war zu sagen, gut, wo gibt es das? Wohl an. Und dann, am Ende stellte sie heraus, es war ausverkauft. Aber wir waren so drauf, dass wir gesagt haben, gut, dann essen wir das. Egal, die hat es falsch verstanden, wir essen das. Und das fasst eigentlich gut zusammen. Snake Mentality. Ja, das fasst gut zusammen, wie man grundsätzlich da drauf sein muss. Ich will nicht in Abrede stellen, dass tatsächlich was undenkbar war, aber dass das Alter was mit einem macht und ich viele Aktionen jetzt nicht mehr so unterschreiben würde. Die man damals, wo man wirklich nicht, man war ja richtig sauer auf Lund, dass du so die Stimmung verpestest. Ja, sowas. Dass du da rumnervst jetzt, als würde er jetzt nicht auf die rostigere Gondel gehen. So, weil wir sagen, oh Mensch, wir haben das geprüft, es könnte gefährlich werden, fahren wir wieder heim. So ein Quatsch. Heute, muss ich sagen, kann ich nicht mehr ganz so sauer auf dich sein. Das ist lieb. Weil ich muss sagen, ich bin aus irgendeinem Grund. Ich kann das alle gefühlt schon noch hochholen. Ich erinnere mich noch, dass aus irgendeinem Grund musste ich mit der Gondel fahren, ich glaube immer auf die andere Seite, wegen der Kamer oder irgendwas. Du saß da so. Und ich hatte wirklich in meinem Leben ganz selten Todesangst. Und als ich da drin saß, hatte ich wirklich eine echte Todesangst. Das war wirklich grauhenhaft. Du musstest da rüber auch, ne? Ich musste irgendwie da rüber, also du musstest da raussteigen. Also ungesichert bist du rausgestiegen, offene Tür, da hätte alles passieren können. Und ich musste ja nur mit dieser Gondel rüberfahren, irgendwie glaube ich wegen der Kamera auf der anderen Seite. Das war sich schon fürchterlich grauenvoll. Ja, also natürlich, das war... Deswegen, man muss auch einfach mal sagen, dass da sind ganz, ganz großartige, spannende, tolle Beiträge entstanden. Auch witzig und schön und ich glaube, das ist einfach eine tolle Sendung. Und trotzdem wurde da, glaube ich, ganz viel Glückskonto über die Jahre, ohne ob ihr das vielleicht manchmal so wusstet oder auch nicht, einfach aufgebraucht. Und es gab wahrscheinlich noch viele Situationen, die euch bis heute nicht mal klar sind, dass sie ganz anders hätten ausgehen können. Andere Situationen weiß man, wie die hätten ausgehen können und es ist einfach ein großes Schluck gewesen. Ich glaube, das Stimme ist, es ist uns klar, was... Und ich glaube, das sagt ja jeder Zweite auf einer Party, dass man heute noch aufwacht, als hätte man ein Mathe-Abi. So, und man hat sein Mathe, sein Abi noch nicht fertig und irgendwie merkt man jetzt, oh shit, ich muss noch mal ran. Und so ähnlich geht es mir auch mit Duell, dass ich mir manchmal denke, Alter, wenn da irgendwas wirklich ernsthaft passiert war und auch, ich glaube auch Joko, das war ja, da ist es schon einen Schritt weiter gegangen, als einfach nur Glück gehabt. Also der hat einfach, da ist schon was schief gegangen, nur Gott sei Dank in einer Form, wo man sagt so, die Sendung kann weitergehen, er hat das überlebt, er hat keine bleibenden Schäden und, und, und. Was denn? Seinen Trip da mit dem Halo-Jump. Achso, ja, das war das. Ja, in 8.000 oder 9.000 Metern ohne Sauerstoff ist blöd. Das war aber damals nicht im Fernsehen, ne? Äh, doch, aber nicht in der Gänze. Also es gibt so ein paar Einspieler, wo man auch so, wo es doch einen Giftschrank gibt, wo man nicht alles reingeschnitten hat, was man da... Weil das hätte so die Stimmung vermisst, das wäre so der Lund fürs 20 über 15 Programm gewesen. Die Realität hätte die Stimmung nicht vermisst, ja. Ja, unsere Realität haben wir da immer reingeschnitten im U-Boot, oder hier mit den, da durch die Luft da aus Bahamas, das war alles drin. Ja, das war alles drin, ja. Tja. Ja, also ein Hoch auf die Jugend. Aber wie ich in Moskau in einem Hip-Hop-Club mit Michael Simmerzi das Lachgras gekauft habe, das war nicht drin. Witzig, hatte ich schon völlig vergessen. Ja, da war das da gerade in irgendwie, ne? Ja, da war es so ein Ding. Da konnte man das mal austesten, ne? Ja, weil das war so unsere letzte Station und irgendwie waren wir da noch essen und dann waren wir da irgendwie so auf Jück, ne? Waren wir da noch. Und dann war ich in verschiedenen Clubs in Moskau, auch in teilweise so Hinterhofdingern und so und das hat irgendwie so Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch, sagen wir mal, nach ein paar Getränken, also die komplette Gefahreneinschätzungsfähigkeit verloren. Und dann kam einer mit so großen schwarzen Ballons und hat gesagt, das ist Lachgas, kostet so und so viel Rubel. Da habe ich gesagt, her damit. Und dann habe ich mir das alles reingezogen, ja. So, alles Dinge, die man jetzt nicht mehr machen würde und auch wenn sie mal zu Hause Lachgas angeboten bekommen, wenn das kein Zahnarzt ist und es nicht 10 Uhr morgens ist, dann lassen Sie es bitte. Würdest du noch in diesen Turm einbrechen, da in Moskau? Ne. Ne, ne? Ne, also heute sowieso nicht. Heute sowieso nicht. Also ich meine, ist ja klar, ne? Also jetzt würde man ja, also man würde... Ich glaube damals, aber das war, das ist heute und damals gleich gefährlich, weil letztendlich, wenn man da, ihr seid ja in so einen Turm eingebrochen, die Gefahr ist einfach, die Polizei verhaftet einen. Und da weißt du, glaube ich, in einem totalitären Staat nie, was das bedeutet, ne? Ja, ja. Kann man so zusammenfassen. Das wäre nicht so gut gewesen, ja. Ne, dadurch, vor allem auch durchs Abflussrohr sind wir da rein. Wie die Ninja Turtles, eh. Ein Käse. Ein Stromkasten raus, dann oben ein Schloss geknackt und so, das war alles nicht... Also Gott, um Gott. Aber irgendwie cool, dass wir das gemacht haben. Wir waren da oben drauf. Ich sehe das öfter mal dann in den Nachrichten, diesen Turm. Den sieht man sehr oft. Da standen wir oben drauf, ne? Ja, das denke ich auch. Es gibt auch noch eine nicht so schöne Nachricht aus Oldenburg. Ich habe euch da mal vom gelben Mann erzählt. Oh, nee. Der gelbe Mann aus Oldenburg ist leider diese Woche gestorben. Ach Mensch. Ja, mit 76 Jahren. War ein Oldenburger Original, der Stadt bekannt war, ne? Ja, der gelbe Mann. Ja, dann... Es gibt keinen gelben Mann mehr. Herzliches Beileid. Ja, vielleicht hat er das Gelbsein an jemanden vererbt und vielleicht fühlt sich ja jemand als Oldenburger jetzt ermutigt zu sagen, dass man das Erbe des gelben Mannes oder vielleicht, dass man so eine Art gelben Tag mal ausruft. Wo jeder mal so ein bisschen sonderbar sein kann. Es wäre doch aber schön, jetzt wirklich, ich meine, das müsst ihr selber organisieren da. Man kann ja nun nicht alles da aus der Ferne da lenken. Aber wenn ihr jetzt sagt... Das finde ich sehr gut. Dass man sich in den Stadtteilgruppen, es gibt doch immer so Stadtteilgruppen bei Facebook noch. In den kleinen Städten unterhält man sich dann praktisch über die Stadtteilgruppen. Mach ich viel, ja. Bin ich ganz aktiv. In Berlin gibt es sowas natürlich. Aber in kleinen Städten gibt es das manchmal noch. Oder übers Rathaus. Das kann auch Herr Krogmann nochmal machen. Dass man einmal sagt, wir machen heute gelben Tag. In Gedenken daran, dass jeder schon mal erfreut wurde vom gelben Mann. Weil der ist Jahrzehnte, ist der durch Oldenburg gefahren und hat immer Leute erfreut. Kinder haben den gesehen. Da haben gesagt, guck mal Papa, da ist der gelbe Mann. Man selber hat gedacht, Mensch, die Sonne scheint, der gelbe Mann ist da. Jede Stadt braucht eine Marke. Ja. Und wir hatten mehrere. Es gibt ja auch noch irgendwie Herbert den Giftswerk und so. Aber der hat aber nicht so viele, so gute Laune verbreitet wie der gelbe Mann. Deswegen fände ich es toll, wenn man sagt, heute ist gelber Tag und alle sollen was auffällig gelbes anziehen in Gedenken an den gelben Mann. Ja. Das fände ich schön. Ich habe noch eine Fußball-Nostalgie-Frage an euch. Könnt ihr euch noch an euer erstes Turnier erinnern, was ihr aktiv als Kinder miterlebt habt, weil eine besondere Stimmung im älterlichen Haus oder in der Wohnung war? Fußball-Turnier? Mhm. Nee. WM 90. Das war bei mir nämlich auch WM 90. Ich weiß noch, wie ich da, wie alt war ich? 17. Nee. Ja, so 10, ne? Und da bin ich danach jubelnd wie von Sinnen durch die Straße gerannt. Da habe ich noch so ein Flashback-Bild im Kopf. War EM war 1996? Und ich weiß noch, wir haben uns wahnsinnig geärgert über die Holländer. Mein Vater war nicht gut, auf die zu sprechen. Er war wegen Raikard und so. Ja, ja, der hat Rudi Föller in den Mund und in den Nacken gespuckt. Ja, das weiß ich auch noch. In den Mund? Ja, in den Mund und Nacken, glaube ich. Naja, so in die Haare, in die Lockenpracht. In den Mund, ja. Vielleicht später dann noch. Ja. Und der Kuhlmann, der jetzt Trainer ist, der hat dann noch ein Deutschland-Trikot, der sich so die Arschritze mit gereinigt. Als Geste. Auch nicht nett. Nee, das war nicht nett. Ungehobelt. Also 1996 war ich mit meinen Eltern auf Sardinien im Urlaub. Ja. In Costa Rei, dem Urlaubsort. Und da weiß ich, dass ich auf so einem, da war so ein Trampolinpark. Und da bin ich Trampolin gehüpft mit meiner Schwester. Und daneben war so Public Viewing, also auf einem normalen Fernseher in so einem italienischen Restaurant. Und da hat dann Oliver Bierhoff das Golden Goal geschossen. Wahnsinn. Krieg Gänsehaut. Und da, das habe ich mitbekommen, weil alle, ich weiß noch, dass ich gehüpft bin auf einem Trampolin und mein Vater fast sein Bierglas aus der Hand geworfen hat, weil er aufgesprungen ist, als einer von sechs Deutschen da in diesem Restaurant und ganz laut geschrien hat. Und ich war auf dem Trampolin und dachte, jetzt gibt es wieder Streit. Nee, nein. Ich wusste, jetzt ist was Tolles passiert. Ja, gibt mir auch, also ich erinnere mich an, da war ich erst vier, fünf Jahre alt, aber eine heilige Stimmung, 90 beim WM-Titel, dass aus dem Wohnzimmer raus irgendwie so Lärm kam von meinen Eltern, die da gejubelt haben, dass man da Weltmeister geworden ist. Und ich da so im Flur noch so den Fernseher flackern gesehen habe und irgendwie mein Vater irgendwelche salbungsvollen Worte wahrscheinlich gesprochen hat und gesagt hat, jetzt ist hier was Tolles passiert. Ganz viele Erinnerungen meiner frühen Kinder bestehen aus, dass meine Mutter oder mein Vater gesagt hat, hier ist was Irres gerade passiert, zum Beispiel auch der Mauerfall. Da war einfach eine Stimmung, das habe ich auch als kleines Kind mitbekommen, da ist was Wahnsinniges passiert. Und das gilt für diesen Titel 90, dann 94, weiß ich, da war ja die WM in den USA und die Spiele liefen auch so mittags, nachmittags und da erinnere ich mich, dass ich das fatale Spiel Deutschland gegen Bulgarien gesehen habe und da hat ein gewisser Jordan Letchkov, der eine Frisur hatte, wie sie heute komischerweise gar nicht mehr denkbar ist und mit zwei Kopfbällen, glaube ich, aus dem Turnier geschossen hat. Der hatte nämlich eine Halbglatze, also musst du dir vorstellen, die Mitte des Kopfes ist ohne Haare, aber die Seiten voll und über der Stirn ist ein Bürzel. Ja, ja, der Stegas. Als der Hinterfrisierter. Genau, du hast ihm eigentlich eine Jordan Letchkov-Frisur gemacht. So ein Inselkind da, ja, ja. Und diese Frisur, den habe ich gehasst als Kind und hatte auch irgendwie Angst vor dem, weil der uns da so raus, das fand ich einen ganz bösen Mann, warum macht er das, habe ich gedacht. Und das mit dieser Frisur und eben 96 dann im Wohnzimmer dieses Tor, also es war irgendwie, ja, das war prägend. Dass man sagte, wow, jetzt sind wir Europameister. Und als Kind weiß man eigentlich gar nicht, was das ist und was das bedeutet. Aber dieses Golden Goal und diese Stimme, ich glaube damals schon Bela Rethi, der wieder sagt, das erste Golden Goal der Geschichte, auch hundertmal danach noch gesehen, das hat sich irgendwie eigentlich... Das hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass zum Beispiel Oldenburg nicht Weltmeister werden kann. Ja, verstehe ich, ja. War nachvollziehbar, ja. Man hat gesagt, Oldenburg hat das gewonnen jetzt oder verloren, Weltmeisterschaft. Sonst noch so geschichtliche Ereignisse, abgesehen vom 11. September, wo ihr die so, so ein Blitz im Gedächtnis geblieben ist. Wo man weiß... Mauerfall tatsächlich, weil das mit unserer Familie ein bisschen was zu tun hatte, weil wir, also gute Freunde hatten. Mauerfall erinnere ich mich auch, aber wie folgt. Ich weiß, das ging, da hat mein Vater auch so eine ganze Woche Fernsehen geguckt, ne. Also da war halt permanent alles, was für News und so. Und ich fand das so langweilig. Das hat mich so angekotzt. Das hätte ja auch nicht weiter weg sein können. Dass der immer nur das gucken will. Weißt du, ich hatte gar nicht kapiert, was überhaupt da... Weißt du, was für mich das Schlimmste war überhaupt, wo ich am meisten Angst vor hatte? Das ist natürlich historisch gar kein Ereignis, aber ihr erinnert euch vielleicht daran. Aber ich hatte richtig Angst davor, weil ich mir das, weil ich zu viel Fantasie hatte. Die Chaos-Tage in Hannover. Könnt ihr euch auch noch... Nein, das habe ich nicht mehr miterlebt. Grandios. Weißt du gar nicht, was das ist? Das ist eigentlich eine super Veranstaltung gewesen. Wann war das denn überhaupt? In welchem Jahr? Eigentlich war es eine super Veranstaltung. In welchem Jahr war das? Da war ich so 10 oder so. Ich hatte so 92... Ja. Ja, was war das? Hat mir offenbar in Berlin in meinem Leben gar keine Rolle gespielt. Das war ein Trend, der sich abzeichnen sollte. Es ist dann so raus mir ändert und es wurde dann kein großes Ding draus. Es war dann doch kein Bundestrend, weil dann wurden Chaos-Tage überall angekündigt. 95. 95. Ah, interessant. Ja, okay. Was ist die Purge oder was ist das? Ja, so in der Art. Da haben sich halt so ähnlich... Mittlerweile treffen sich ja irgendwie praktisch Punks auf Sylt und wir haben ja nun in jüngster Vergangenheit kennengelernt, dass die da einen wichtigen Job machen und gut, dass die da den Posten halten da auf Sylt. Aber es war so, dass die in Hannover sich getroffen haben und da haben sich Punks aus ganz Deutschland vereinigt. Das ist die Gemälde. Schmidt, die zeigt dir gerade ein Bild. Guck mal. Das ist The Purge. Das hätte ich gerne als Gemälde irgendwo. Ja, und die haben also praktisch gemacht, was... Also es gibt ja die lustigen Punks, die witzige Musik hören und lustige Sachen grölen und irgendwie für die richtigen Sachen stehen. Und dann gibt es dieselben Punks in einem anderen Betriebssystem sozusagen, in einem anderen Modus, die dann halt anfangen halt die ganze Stadt auseinander zu kloppen. Die haben drei Tage, wusste die Polizei nicht mehr, wie sie dem ganzen Herr werden sollen. Also da waren... Die kamen gar nicht durch. Also es war alles überall Straßensperren. Die ganze Stadt Hannover voller Punks, die alles kurz und klein gehauen haben. Es ist absurd, dass wir in einem Raum sitzen mit Leuten, also mit dir, Jakob, die nicht wissen, was die Chaos hat. Weil das so ein prägendes Ding war für alle von uns. Weil das hat wirklich drei Tage... An mir freilich war, höre ich heute zum ersten Mal. Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht geschickt, ich bin komplett ungebildet. Ja, aber das ist vielleicht in Berlin... Hat das vielleicht keine Relevanz. Überleg mal, ich bin in der Stadt groß geworden, wo 1. Mai ist. Das war jedes Jahr... Ja, da warst du 10, ne? Aber der 1. Mai war das in der Stadt. Schon immer meine Kindheit präsent war. Ich bin mit meinem Vater fast jeden ersten Mal nach Kreuzberg gefahren am Vormittag. Dann haben wir uns die Polizeiabsperrung angeschaut. Das war als Kinder super interessant. Die ganzen Polizeiautos zu gucken und das da in der Stadt abgesperrt war. Das war ganz normal, in Anführungsstrichen, dass da wirklich hoch herging. Ich glaube, das ist nur dein altes Alter. Also wenn du so 10 warst, wir waren... Ich war 9, ja. Ja, ich war da 16, da wollte man hinfahren. Ja, gut, naja. Ja, verstehe ich. Ungefähr, ne? Aber um die Frage... Also ich habe auch eine völlig absurde, ganz genaue Erinnerung und zwar an die sogenannte Sonnenfinsternis. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Nein, das muss so Mitte 2000 gewesen sein. Und da gab es dann überall... So Brillen in Zeitungen. So Brillen in Zeitungen und diese Folien. Und die Folien waren ausverkauft und die waren schwer zu bekommen. Jetzt bin ich wieder in der ganz doofen Situation, so wie letzte Woche, die ich mich selber reinmanövriert hatte, was Physikalisches irgendwie zu erklären. Das werde ich nicht tun. Also es ist nicht die Heisenbergsche Unschärfe. Ich sage jetzt ganz dumm, wie ich bin, da hat sich irgendwas für irgendwas geschoben. Und das passiert selten. Ja, irgendwann vor der Sonne. Da gibt es keine Einwände. Und jedenfalls hat man das verfolgen können, indem man diese Folie vor die Augen gepackt hat und da reingeglotzt hat. Irgendwie gab es sowas auch jetzt im letzten Jahr nochmal in Amerika drüber und Donald Trump hat ohne Folie reingeglotzt. Weil er nicht daran geglaubt hat, dass das schwierig ist und hat, glaube ich, schwere Augenverletzungen davongetragen. Whatever. Daran kann ich mich erinnern, ich saß mit meinem Vater vor einem Bäcker in unserer Straße und wir haben einen Kuchen gegessen und haben darauf gewartet, dass die Sonnenfinsternis passiert hat. Ich hatte meine Folie dabei und es war dieser geschichtliche Schauer, der mir über den Rücken gelaufen ist. Und das fällt mir ein, das hat alles immer viel mit den Eltern zu tun, die einem einimpfen. Junge, das ist besonders. Das wirst du nie wieder in deinem Leben erleben. Und der kindliche Geist oder der junge Geist, der ist dann so besonders andächtig, aufmerksam. Der nimmt das alles auf und macht sich das so fest im Kopf. Jetzt bin ich bei was Besonderes, aber ich muss aufpassen. Und das war deswegen so ein einprägsamer Moment. Und da weiß ich noch über die Sonnenfinsternis, das fand ich so einen richtigen Stinker. Da war ein Riesenwirbel mit so diesen Schweißabbrillen und so. Ich fand das richtig interessant. Und allein die Tatsache, dass man die aufsetzen musste und dann sieht man halt so was Schwarzes vor der Sonne. Und das hat fünf Minuten gedauert und da war wieder alles gut. Ja, da bin ich auch nicht so. Es wurde nicht mal dunkel. Meine Vorstellung war, es war wie bei Independence Day. Da zieht es auf einmal so, dann wird es auf einmal Nacht und so. Es war einfach so, da ist so ein Fleck vor der Sonne. Ja, genau. Aber da haben eure Eltern da ihren Job nicht. Und die hätten euch da mehr drauf einpeitschen müssen. Ja, aber ich glaube, das Ereignis hätte auch dem größten Hype stattgehalten. Der Hype war ja da. Ja, da merkst du aber auch daran, diese schönen Sommer, also es waren ja fast schon so Sommerlochartige Sachen, die dann so hochgejazzed wurden. Das gibt es halt mittlerweile nicht mehr, weil es gibt keine... Es passiert leider zu viel wirklich Schlimmes. Ja, es passiert so viel Schlimmes, dass halt irgendwie der Kaiman-Sammy keine Rolle mehr spielt. Ja, leider. Und ich kriege nicht mal mehr mit, wenn irgendwie Killer-Bienen wieder irgendeinen Rentner-Tod gestochen haben. Ja. Da kriege ich nicht mehr mit, sowas. Traurig. Es gibt kein Sommerloch mehr, ne? Ja, das ist echt schade. Das ist vorbei. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Sonnenfinsternis ein klassisches Sommerloch ist. Nee, es war schon ein Ereignis auch. Ja. Aber es gibt doch noch Hale-Bob. Stimmt, das war auch so ein Ding. Als wir dachten, wir werden alle sterben, weil Hale-Bob uns totschlägt. Ja, ja. Ja, like, wer es noch kennt. Das war auch aufregend. Unseren Armageddon. Ja, da habe ich... Ich hatte so im Altbau gewohnt, ich hatte so ein großes dreigliedriges altes Holzfenster, wo es durchgefiffen hat. Und da bin ich an dieses Fenster getreten, habe angstvoll in den Himmel geschaut. Sehe ich schon was. Ja. Das war auch ein Stinker. Down and look up. Das war... Gott sei Dank, Schmidi, deswegen leben wir noch. Blöd, Mann. Die Dinosaurier können sowas nicht sagen. Da haben sie gesagt, ja, leider kam er. Meinst du so zwei Trisarachops, die stehen da und sagen, oh, das war ein Stinker. Oh, nicht, auch nicht. Ich glaube, da kommt was. Boom. Das war's. Ja, Mann, ey. Letztens habe ich eine schöne emotionslose Formulierung gehört. Und da dachte ich auch, ja, man kann das so sehen. Und das sehen bestimmt einige Leute so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man das so erzählen muss. Und auch Leute, die, wir standen, ich stand mit Joko in der, wie heißt das, in diesem Finger, sagt man, glaube ich, zum Flugzeug. In diesem Zubringer da, Gangway heißt es, glaube ich, oder irgendwie so. Da, wo man halt ins Flugzeug reinläuft, musste man noch warten, weil da war eine Schlange. Und vor uns standen zwei Leute, die sich auch nicht so gut kannten, irgendwie von der Arbeit so ein bisschen. Und das ist ja immer so, einer ist dann ganz mitteilsam und der andere will nicht unhöflich sein, befeuert aber das Gespräch nicht. Und einem ist es peinlich, dass der andere so laut redet. Und man lernt aber über beide was, weil der andere muss ja immer mal wieder sagen, ah ja, mhm, ah ja, mhm. Und der eine hat ganz begeistert erzählt, also wie das jetzt alles war, wie er gearbeitet hat und wie toll. Und Joko und ich standen natürlich dahinter. Der eine, der nichts gesagt hat, der hat, glaube ich, auch gecheckt, dass Joko und ich dahinter stehen. Da will man ja dann überhaupt nicht laut über so peinliche Sachen reden. Und der andere hat das überhaupt nicht gerafft. Der hat einfach drauf losgeplappert. Und dann hat er auch, die haben beide so ausgesehen wie Geschäftsmänner, aber wie so eigentlich zu junge Geschäftsmänner, die sich verkleiden als Geschäftsmänner. Die so geschäftsmännerig tun schon mal. Und der eine hat das, wenn der Patsch der andere nicht da gewesen wäre, hätte ich bei dem einen das gar nicht gemerkt. Dass der eigentlich ein kleiner Junge ist, der sich nur einen Anzug anzieht und eine Aktentasche, weil der war ja im Flugzeug und hatte offenbar geschäftlich zu tun. Aber der eine hat dann so ganz freimütig alle uncoolen Sachen ausgeplaudert, die dann irgendwie sich auf beide übertragen haben. Zum Beispiel, dass er noch zu Hause wohnt. Er hat dann gesagt, ja und ich wohne ja auch noch zu Hause und ich weiß ja gar nicht, ich glaube du auch, ne? Ja, du auch, ne? Und dann haben die so drüber geredet und der wurde immer so uncooler, so passiv und so in seinen Anzug und diese ganze Erwachsenenverkleidung, die wurde immer unglaubwürdiger. Mit allem, was der andere ausgeplaudert hat. Und dann hat der was gesagt, das hat praktisch mit dem Vorredner nur so bedingt zu tun. Der war so in Plauderlaune und der war so gut drauf, weil er jetzt demnächst ausziehen kann. Und man kann sich über sowas freuen. Es ist ja auch toll, wenn man was vererbt bekommt und wenn praktisch seine Vorfahren einem irgendwie was Gutes bringen, sozusagen. Das ist ja irgendwie toll, ne? Und war im Weltenlauf wahrscheinlich immer schon so. Aber man muss ja nicht unbedingt sagen, dass die Oma ja jetzt tot ist und dass das deswegen ein richtig gutes Match ist. Das hat er gesagt. Die Oma ist, seine Oma ist jetzt tot und jetzt kriegt er die Wohnung und das ist ja ein tolles Match. Das hat er gesagt. Würdet ihr das auch sagen, dass das ein gutes Match ist, wenn die Oma tot ist? Weil man dann die Wohnung, man kennt ja den Spruch, ne? Willst du eine Bleibe haben, Folge einem Leichenwagen, ha ha ha. Aber wenn die Oma tot ist, ist man doch erstmal traurig. Würde man dann sagen, Mensch, Mama, Papa, ach so, das war ja deine Mutter. Meint er ein Match, weil er hat gerade eine Wohnung gesucht, dann kam das so glücklich. Das ist ein perfect Match. Dann ist sie tot, ist sie raus da aus der Siffbude, dann mach ich die frisch. Die Oma, die ist wirklich on point tot. Ja, sie krepiert, geil, ey. Ja. Die hat die Wohnung freigemacht, Match. Perfect Match. Perfect Match. 100 Punkte. Nice, ey. Danke Oma. Drei Sterne. Mach's gut, die. Ja. Jetzt zieh ich ein. Ja. Das ist wirklich ein Match. Genau da, wo er sucht, fällt die tot vom Abendessenstuhl. Ja. Hätte man das sich besser wünschen können. Traumhaft. Perfect Match. Echt traumhaft. Wir haben heute viel über Fußball reden. Ich will noch ganz kurz. Über Fußball reden? Ja, nee, mehr über die Begleitsendung von einer EM. Also es gibt gerade ganz viele sehr gut gelaunte Sendungen. Es gibt in der ARD ein Quiz aus einer Kneipe, was ich mir angeschaut hab. Es gibt auf RTL. Deine Bewertung? Ja, komm ich zu. Okay. Es gibt auf RTL. Wir bleiben im Bereich, du weißt schon mal, zehn mögliche Kackwürste und du musst nachher Kackwürste vergeben. Oh nee, ich wollte eigentlich so rhetorisch mich drum herum abhalten. Nein, nein, nein. Aber dann will ich, stopp, bei den Kackwürsten so. Ich frag's jedes Mal. Ich werd nicht müde. Sind jetzt zehn Kackwürste was Gutes? Ja. Das ist die Bestbewertung. Warum weißt du das nicht? Ja, aber ich weiß, ich seh das immer von euch, aber das macht doch gar keinen Sinn. Seit wann sind Kackwürste was Gutes? Also ich verlasse gleich das Studium. Also zehn Kackwürste ist doch maximal scheiße. Halt doch deinen Maul, du bist ja wie Zuhörer, die das nicht raffen. Das ist nicht zu raffen, das ist unlogisch. Es ist einfach so, das ist die Regel, da musst du dich einfach dran gewöhnen. Jede Skala ist unlogisch. Nee. Doch. Nein. Wenn du in der Schule eine 1 oder eine 2 Plus bekommen hast, dann ist das einfach nur geil, weil jemand gesagt hat, das ist geil. Eine 2 Plus ist was super Gutes, eine 1 ist noch besser. Hat einfach jemand gesagt. Wenn ich gesagt hätte, eine 6 Schmid, die ist das Beste, was du kriegst, ist richtig gut. Da bin ich stolz auf dich. Aber Kackwürste sind ja an sich schon eine Bewertung. Das ist ja kein Orden, das ist ja kein Stern. Stell dir mal vor, du würdest nie Kackwürste machen, wie es dir dann gehen würde. Ja. Dann würdest du explodieren. Dann hättest du es mit dem Magen. Also ich weiß nicht, ob man dem folgen kann. Kackwurst kann auch was Gutes sein. Okay, bevor ihr jetzt gleich die ganzen Sachen da mit Kackwürsten vettert, wir halten in eurem Sinne fest, 10 Kackwürste ist die Maximalwertung und wir müssen uns dazu denken, es ist was Gutes. EM-Quiz in der ARD, da wird gequizzt abends nach dem Spieltag. Ich wollte erstmal die Zuhörer jetzt rein in die Augen hier. Jetzt lass ihnen doch mal erstmal was reden da. Oder ob nicht, du alte Zinzicke. So, jedenfalls, es gibt folgende Sendung, es gibt das Quiz in der ARD, dann gibt es auf RTL mit Elton und Köppi, zwei absolut lebenswerte Kulttypen, die in einer Fußballerrunde in einem Studio nach dem Spiel noch etwas weiter plaudern. Dann gibt es auf Magenta, ich bin großer Magenta-Fan. Ich muss kurz sagen, ich wie der Kerner und Michael Ballack das moderieren, das gefällt mir richtig, richtig gut und das gucke ich sehr, sehr gerne. Ich mag auch die Kommentatoren, das Studio ist nicht in meinem Geschmack, aber wie die das inhaltlich machen mit einer wirklich großen Lässigkeit und interessanten Gespräche über Fußball finde ich sehr gut. Deswegen gucke ich viel Magenta auch. Danach gibt es eine Sendung, die heißt Studio Pillepalle. Die wird von unserem Freund Fahriade moderiert und Jonas Hector, ehemaliger Fußballer, gebürtig aus dem Saarland, spielt über dem FC Köln, links außen war auch in der Nationalmannschaft. Das sind, sagen wir mal so, die drei Kern-Sendungen, die man so gucken kann, wenn man noch fußballhungrig ist. Okay, dann fangen wir an. Und wenn man ein Entertainment sucht, noch nach dem Spiel, ich glaube im ZDF gibt es nicht so eine Sendung, oder? Hab ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja, Markus Lanz. Ja. Ja, genau. Da war er gestern. Ja. Wie sind die denn? Fangen wir nach vorne an. Es ist ja erstmal, muss man sagen, es ist ja erstmal schwierig, erst die Kackwürste und dann kannst du dein differenziertes Gespräch machen. Es ist erstmal schwierig, weil das ist wie, wenn halt ein Fußballer sagt, welche anderen Fußballer scheißen. Jetzt pack die Kackwürste aus. Wir sind doch gar keine Sportjournalisten. Wie viel Kackwürste hat das EM-Quiz an der ARD? 10 ist gut, 0 ist nicht gut. Wie viel Kackwürste? Sag's. Als EM-Studio, da ist eine gespielte, gute Laune, die man zu keiner Sekunde glaubt, da ist eine aufgepeitschte, gute Laune, die durch nichts begründet ist. Und das ist mir irgendwann mal auch bei unseren Sendungen offenbar, manchmal entsteht sowas auch bei uns. Da ist eine zu gute Laune, deren Historie sich nicht erklärt. Du sollst dich nicht jetzt wegfädigen, indem du uns da selbstkritisch mit reinwürzt. Nein. Das ist nur damit du sympathischer rüberkommst, wenn du die anderen abkannst. Ich möchte aber erstmal das beschreiben, weil das ist, glaube ich, etwas, wo die Leute mal drüber nachdenken können. Dass es gibt eine gute Laune, wo du als Zuschauer dabei bist, wie die entsteht. Und das ist das Beste, was in einer Sendung passieren kann, weil du weißt, warum Leute lachen. Du lachst mit. Es entsteht gute Laune. Wenn aber von Sekunde eins der Sendung eine gigantische Laune ist und du guckst in die Sendung und denkst, das ist eine vollgepisste Kneipe in Bochum, da sind Leute, die man sonst noch nie im Fernsehen gesehen haben, da sind maue Gäste, da ist Ingolf Lück und der arme, arme Arndt Zeigler ist da auch hingesetzt, den ich sonst sehr verehre. Und die quizzen in super schlecht ausgedachten Quizfragen eine absolute Kackwurst da zusammen. Und die sind dabei gut gelaunt, als hätten die gerade persönlich den EM-Titel gewonnen. Du hast das jetzt alles im Konjunktiv gesagt, oder ist das etwa so? Das ist so, und ich weiß dann nicht, woher kommt diese gute Laune. Dann gibt es noch einen Dödel, der sich irgendwie kaltes Wasser über die Rübe schütten lässt, weil es in irgendeinem Stadion reingeregnet hat und der so tut, als wäre er gerade im lebendigen Leibe gegrillt worden. Es ist ... oh scheiße, ich kann es nicht sagen. Wie viele Kackwürste? Also mir hat es nicht so viel Freude bereitet. Null Kackwürste. Okay. Null? Weiter geht's ja. Nee, zwei Kackwürste. Nee, das muss mir mal was übrig behalten. Zwei Kackwürste. Okay, jetzt geht's weiter. Ganz kurzer Einwurf. Ich bin ja im EM-Fieber und du willst nach so einem Spiel maximal Nachberichterstattung, den hundertsten Experten hören, nochmal aufs Spiel zurückgucken. Man kann auch gerne alle Spieler nochmal interviewen. Ich werde richtig sauer, wie die ARD auf die Idee kommt, jetzt in eine Kneipe in Bochum zu schalten und dann so fünf Fragen zu stellen. Das ist kultig. Und es hat einfach nichts mehr mit dem Thema zu tun. Natürlich sind die Fragen im Bereich des Fußballs, aber es ist auf einmal aufgelöst. Du weißt, jetzt bleibt dir nur noch übrig ins Bett zu gehen. Das nervt richtig. Also wenn jetzt zum Beispiel die ARD sagt, wir schalten in Schelfischposten, da sitzt Ina Müller gut gelaunt mit einer netten Promi-Runde und die lasst das nochmal Revue passieren, das würde ich sofort jede Sekunde gucken und Spaß daran haben. Und dazwischen grölen die Shandys irgendwas. Wunderbar, perfekt. Und das ist dasselbe, aber in Scheiße. Okay, jetzt kommt das nächste. Das RTL-EM-Studio. Köppi und Elton. Diese Sendung... Aber die haben auch, ganz kurz dazusagen, das ist jetzt kein Quiz, sondern die haben auch da so Experten. Nein, also in der ARD? Ne, da jetzt bei Köppi und Jan. Ne, das ist kein Quiz. Die haben Experten und die haben auch viele Ausschnitte. Die haben die Ausschnitte und da ist es einfach so, dass für mich der Funke bisher nicht übergeschlagen hat, weil die eigentlich ja das machen, was wir erwarten, dass man nochmal in die Spiele reinguckt und da was Interessantes noch zum hundertsten Mal zu sagen. Das machen die dort und das hat mich aber bisher irgendwie nicht berührt. Das liegt auch daran, dass mir das Studio auch nicht so gut gefällt. Das ist sehr hell, das sieht nicht besonders modern aus, es ist so... Die Farben gefallen mir gar nicht und ich weiß gar nicht so richtig, was das soll. Mir gefallen einfach nur, dass sie, die stehen ja an einem Tisch und die Tatsache, dass die stehen, macht einen nervös vom Fernseher. Man glaubt, das ist so, als wären sie gerade in der Bahn, müssen gleich aussteigen und erzählen noch irgendwas Expertiges. Achso, du willst lieber das Weißbier, weil die sich schon da so reingefurrt sind. Nee, aber man schmeckt ganz recht. Pass auf, das ist wie wenn jemand spricht, ohne mal zu atmen. Dann wird man so gehetzt davon, wenn jemand nicht mehr atmet. Dann wartest du, bitte atme mal kurz aus. Und die stehen da so und man denkt die ganze Zeit, die stehen vielleicht zur Begrüßung. Die bringen eine Unruhe rein. Und die sollen sich jetzt mal in Ruhe setzen, damit ich in Ruhe das gucken kann. Als wenn einer noch die Jacke an hat. Genau. Okay. Deswegen das kriegt von mir 5K-Kwürste. 5K-Kwürste. 5K ist solide, ist in Ordnung, aber irgendwie muss ich dir sagen, wenn Elton da bei RTL steht und Elton ist ein klasse Typ, dann erwarte ich, dass es eine Sendung mir präsentiert wird, die so ein bisschen mehr leistet, als nur jetzt mit den Experten nochmal zu reden. Was denn? Ich hätte erwartet, dass was Lustiges passiert, dass man sich noch mehr über Unterhaltungsaspekte... Das ist ja widersprüchlich, was ihr wollt. Na doch, ich würde schon, also wenn da jetzt noch Humor Platz wäre in dieser Expertenrunde, hätte ich das gut gefunden. Ich glaube, man ist verwirrt auch so ein bisschen, weil man mit Elton, egal wie... Humor, Unterhaltung. Humor oder zumindest Unterhaltung. Und dann ist es aber doch eine Expertenrunde. Ja. Und man ist irgendwie verwirrt, was einem... Wieso, aber wenn er sich da interessiert... Na pass, aber das wäre, als würdest du jetzt einen ganz ernsten Fußball-Talk... Ja, nein, bei mir weiß man, ich habe keine Ahnung. Ja, da sagen wir mal, Joko, der hat Ahnung von Fußball. Wenn der das hätte, dann wäre ich enttäuscht, dass der Joko da nicht witzig drauf ist. Ne, würde ich nicht. Ne, nicht unbedingt. Nicht in diesem Geiste, den du gerade beschrieben hast. Dass man, ich glaube, ich wäre um jeden Comedian dann als Fußballfan, der ich ja nun nicht bin in der Form, aber ich wäre um jeden Comedian richtig so, also würde ich mich dann freuen, dass der es auch mal schafft, im richtigen Moment seine Comedy-Schnauze zu halten und halt nur Fußball redet. Der Mix wäre es. Das Problem ist, man weiß nicht, was die Sendung einem sagen will. Ich weiß nicht, schalte ich da ein, weil ich da nochmal eine gute Analyse von Leuten, denen ich das zutraue oder vertraue, kriege? Oder ist das jetzt, kommt ja jetzt gleich die TV-Total-Stimme und es gibt einen Fanny-Einspieler? Man ist so verwirrt, was die Sendung einem sagen will. So meinst du? Ja genau, man versteht nicht sofort die Dienstleistung. Gut, okay. Also wir halten fest, 5K-Quest. Jetzt geht es weiter. Magenta, da habe ich kurz reingeschaut. Ja. Das ist das einzige, was ich kenne. Das heißt Studio Pille-Palle. Und dann fangen wir da vielleicht auch beim Studio an. Mir ist aufgefallen, dass es ein bisschen aussieht wie so ein Stand auf der IFA. Ja. Also es sieht aus wie ein Stand auf der IFA. Aber es ist eine fantastische Sendung. Was ist das? Also kurz was? Also da begrüßen Fahriade und wie immer Hector Cooper sagen. Das war ein Trainer. Jonas Hector. Und das ist, also das könnten ruhig mal mehr Leute gucken, was da so vor sich geht. Das ist in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Manchmal auch. Also es ist für mich immer eine emotionale Reise. Weil ich bin einerseits amüsiert, sehr doll amüsiert. Dann auch ganz traurig manchmal. Und manchmal auch entsetzt. Und das ist ja eigentlich so ein Emotionsmix, mit dem man gerne nochmal ins Bett geht. Und was passiert da genau in der Sendung? Wo warst du vor allem sehr freudig? Naja, das sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, dass ich es auch schaffe, mir Aspekte als Zuschauer selber rauszunehmen, die mich dann amüsieren. Ja. Ich achte dann manchmal auf andere Sachen und denke, das ist ja erstaunlich. Ja. Es sind viele Entscheidungen auch getroffen worden, wo ich sage, die überraschen mich. Können wir kurz eine faktische Ebene einziehen? Nein, möchte ich gar nicht. Wir hatten jetzt zwei Kackwürste am Anfang. Fünf dann. Und wie viele Kackwürste gibt es da? Das ist eine herausragende Sendung, die mir sehr viel Freude bereitet. Ich würde mir hier und da wünschen, dass Fahri Jadim schon mal ein Fußballspiel in seinem Leben geguckt hat, vor dieser EM. Das will ich als einzige Kritik doch mitgeben. Aber worum geht es denn da? Das ist egal, Schmid, das ist eine Sendung, die hat einen witzigen Namen. Und worum es da geht, das muss gar nicht immer geklärt werden. Diese Sendung, die erfreut mich sehr. Die werde ich weiter intensiv verfolgen. Und liebe Grüße. Wie viele Kackwürste? Liebe Grüße, Null. Ja. So. Also nochmal wegen der Skala. Also was ist Null nochmal? Schmid, jetzt halt einfach dein Schandmaul. Kannst du es sagen? Möchtest du jetzt geben? Wisst ihr, wen jetzt als Rauschmeißer, wen Joko und ich getroffen haben? Nee. Moneyboy. Schöne Grüße. Wirklich? Ja. Und Moneyboy hat was gesagt. Bin am Ballen wie Schalke 04? Ja. Der hat offenbar einen neuen Jugendsprech. Er hat nämlich zu Joko gesagt, ey, du siehst gut aus, no Diddy. Ah, verstehe. Ja, ist jetzt ein neues Ding. No Diddy. Okay. Und wie kann man sagen, welchen Zusammenhang? Es war nicht im Zusammenhang einer Sendung, oder? Nee, im Bordell. Nein. Nein. Das war eine... Er hat mit Prinz Markus geschlafen. Exakt. Genau. Ich hab's gefilmt. Genau. Und wir haben... Es war eine... Es gibt immer mal wieder so... Das heißt Screenforce Days. Ah, okay. Das ist so eine Vorstellung, der... Das ist wie ein Videotext. Ja, ein Videotext. Wie eine Fernsehzeitung. Ja, so ein bisschen. Da wird praktisch den Leuten, die die Kohle haben, den Mediaagenturen, die ja letztendlich dann die Produkte an die Sender bringen, denen wird das kommende Programm vorgestellt. Und das machen nicht nur ProSieben, sondern eben alle Sender. Und bei irgendeinem anderen Sender als ProSieben war eben auch Moneyboy und noch eine Frau in so einem engen, gelben Netzhemd, die uns auch freudig begrüßt hat. Für RTL 2? Exakt. Ja. Für RTL 2. Und ja, die haben uns also alle fröhlich begrüßt. Und ich hab auch im Überschwang der Emotionen, hab ich Moneyboy auch ganz fest umarmt. Und dabei hab ich, glaub ich, zu doll gedrückt und da kam dieser Spruch oben raus. Und ja, ich wollte euch einfach nur grüßen und wollte sagen, also... Ja. Und wann moderiert ihr die RTL 2 Nachrichten? Leute, alles Liebe, alles Hude. Ja, exakt. Wir verabschieden uns für diese Woche und freue mich. Freue mich. Heute war so, ich könnte noch mal drei Stunden plaudern. Ja, das Gute ist ja Schmid, dass jetzt im Anschluss erfolgt Klaas Rede an die Nationalmannschaft, die ich mir vorstelle beim Hören, wie sie über den Campus in Herzogenaurach schallt. Während Fülle und andere am Pool noch den Ball da hin und her kicken, schallt auf einmal durch die dunkle Nacht ein Schimmer der Hoffnung. Ein Schimmer der Hoffnung repräsentiert durch Klaas Höfer Umlauf seine Vision fürs Turnier und seinen Mut machen. Wir haben gar nicht erzählt, wie wir Elden Ring verkackt haben. Oh. Ja, aber wir haben es verkackt. Also irgendwie... Wir verkackt. Du hast ja nicht rechtzeitig angerufen, weil du da Schiss hast. Nein, du bist wie so eine Nationalmannschaft, die hat vergessen vor dem Turnier zu trainieren. Und die hat auch vergessen, das fängt an. Und dann sagt einer, hier ist der Bus, wir fahren in den Stall. Dann sagst du, wie bitte? Was wollen Sie? Also ich fasse kurz, morgen kommt der Elden Ring-Download-Content. Ja. Mit dieser Folge praktisch parallel raus. Genau. Genau, die kommt heute raus und wir haben ja gesagt, wir gehen zu Hanno, Hand of Blood und mit Papa Platte soll ich das irgendwie spielen. Das war aber alles unausgegoren, was wir da gesagt haben. Und da habe ich noch immer, ich habe immer gepredigt. Ich habe euch gesagt, Leute, ich habe ein Jahr lang dieses Spiel nicht gespielt. Ich muss das nochmal üben. Ja. Ich kam auch nicht dazu, weil wir im Studio standen. Wegen 8 Stunden Hitler. Ja, ja, ja. Hättest du 8 Stunden mal ein bisschen üben können. Ja. Und dann war mir das halt peinlich, dass ich deren Release-Tag da versauen soll. Und dann wurde ich immer von Konsti gefragt, ja was ist denn jetzt mit Elden Ring? Da habe ich gesagt, Konsti, schreib es mal in die Gruppe. Ich bin nicht der Organisator von der Scheiße. So, ich soll einfach nur zum Klauen gemacht werden. Ich soll da wie der olle Dödel da sitzen und nicht wissen, wo X und Y ist. Da scheint die Wahrheit hier und da durch. Und deswegen richte es doch mal an die anderen aus. Alle haben sich totgestellt. Wir haben es mächtig verkackt. Ich möchte mich wahnsinnig gerne entschuldigen bei Papa Platte. Möchtest du dich entschuldigen oder entschuldigst du mich? Ich möchte mich entschuldigen in unser aller Namen. Ist das für eine Non-Pology? Ja, das finde ich auch nicht gut. Das ist eine Apology. Wenn du sagst, ich möchte, das heißt das implizieren. Du würdest dich eigentlich gerne, du tust es aber nicht. Nein, ich entschuldige mich dafür. Aha. Wir haben es verkackt. Entschuldigst du dich auch bei uns und den Zuhörern, dass du das alles so verdreht hier wieder erzählst? Du hast das einfach völlig sehenden Auges, hast du das ausfaden lassen, diese Anfrage. Du wusstest ganz genau, dass das kommt. Du hast dich gefreut über die Ruhe, die entstanden ist um das Thema. Damit du deine Ruhe hast. Damit du nicht mehr trainieren musst zu Hause wie ein Bekloppter. Und dass du dann nicht da zeigen musst, wie man da die Viechers tothaut. Da hast du dich gefreut und hast gedacht, oh die anderen haben es auch vergessen, so wie das Magnetangeln. Dann bin ich ja jetzt wohl nicht derjenige, der da schlafende Hunde weckt. Also Schmidt, ich muss sagen, du musst den Sommerurlaub absagen, du musst trainieren. Das ist es jetzt. Es ist, was du gerade mir vorwirfst ist, also angenommen ich wäre Jeanne d'Arc, ne? Und mein, ich hatte gerade den Gerichtstermin und da wird festgelegt so, okay, die Alte kommt auf den Scheiterhofen, ne? Ja. Und dann hättest du gesagt, hab ich verpennt den Tag. Ab 13 Juli. Weil, was wollt ihr machen? Ihr wollt daneben stehen und euch totlachen über mich, wie ich das nicht kann und wie ich da verkloppte. Ich würde nicht mal merken, ob du das nicht kannst. Das ist so, als wenn einer sagt, ich rede jetzt Chinesisch und ich stehe daneben und sagt, das war aber falsch grammatikalisch. Ich kann das doch gar nicht beurteilen. Du bist gestorben. Steht so fett in roten Buchstaben auf. Ja, das würdest du merken. Das würdest du merken. Ja, aber nicht 400 Mal wie er. Ich glaub, das ist auch normal. Sag ich so, bitte, bitte, denk dran. Ich werde verbrannt. Also, wir machen es jetzt so. Also, wir machen es jetzt so. Bevor unseren Schmitti verbrannt wird, wo niemand was davon hat. Er sagt den Sommerurlaub ab. Er sagt den Sommerurlaub ab. Er trainiert. Er hockt sich vorm Bildschirm. Und wenn wir zurückkommen aus der Summer Breeze, wir alle wieder hier sind, dann wirst du das machen. Und du setzt dich jetzt auf deinen Hosenboden und wirst zu Hause die Jalousien runterlassen. Und dann heißt es... Du packst die ganzen Bücher weg. Du packst die ganzen klugen Sachen weg. Du hörst auf, Symphonien zu hören. Du schrottest das Grammophon ein. Du setzt dich, mein Junge, vor deine Playstation. Und die geht nicht aus, bis du da alle Fiegers totgeschossen hast. Hast du das gehört? Ich entschuldige mich für alles, was hier passiert. Gesunde Ernährung, abgeschafft, Sport, Zeitverschwendung. Du dann ins bisschen der Daumen blutet. Und Klaas und ich, wir sind ein Sandruppe, aber du hast nachzusitzen, Bub. So, das möchte ich mit einem dreifachen Hude bekräftigen. Hude, Hude, Hude. Ich habe vor drei Minuten noch gesagt, ich könnte heute weiterplaudern. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Halbe perfekt. Jetzt sag deinen Satz und dann... Ah ne, du musst dir noch die Rede. Und jetzt die große Rede. Dranbleiben. Jetzt die große Rede. Liebe Nationalmannschaft, das ist nur für euch. Klaas-Abermdorf, pedert euch durchs Turnier. Ist das an? Hallo, liebe Nationalmannschaft, ich bin's. Klaus aus dem Fernsehen. Ich kenne einige von euch seit einer Woche und andere kenne ich schon länger. Ja. Also zum Beispiel den Mittelstadt kannte ich nicht. Wirtz, habe ich gehört, dass er ein heißer Transfer sei in der Bundesliga und irgendwie sehr teuer, habe ich gehört. Das ist falsch, aber. Der war teuer. Und ist als best... Komm, fang nochmal an. Also spar die Details aus. Und einfach so Kloppo, ne? Einfach Energie rein. Bisher war sehr viel falsch, ja. Jetzt habt ihr... Lass doch mal jetzt. Es ist mir scheißegal, was das Falsche ist. Also ich will nur sagen, dass wenn The King's Speech... Halt's Maul! Ja, der hat auch gestottert. Und? Ja, aber da war nicht alles falsch. Die hören das. Die hören das. Der hat auch gestottert. Wurde der so fertig gemacht von seinen Freunden oder haben die den dahin trainiert, oder was? Wäre das ein Hollywood-Film geworden, wenn immer zwei dahin gekommen wären und immer schon wieder gestottert? Das wird ja wohl nix. Wie willst du denn König werden? Nee, du kannst König werden. Du schaffst das. So, und jetzt haltet ihr euer Maul. Ja, okay. Und jetzt hat die Pfeife gerade die festliche Musik angemacht und dann quatscht ihr wieder heulen. Ja, stimmt. Meine Güte, die haben nicht den ganzen Tagzeiten Herzogen Aura. Naja, das ist ja richtig. Aber vielleicht... Auch das ist falsch. Die sind gar nicht mehr in Herzogen Aura. Die müssen zum Schmaus... Also jedes Detail ist falsch. Oh man, fickt euch doch ins Knie, Alter. Es ist mir scheißegal. Also Schmidt und ich nicht die Mannschaft. So, jetzt komm. Die sollen... Nee, die sollen mit den Knien was anderes machen. Und zwar laufen sollen die. Sollen sie wie gut geölte Scharniere über den Platz fliegen lassen. Die Knie und die dazugehörigen Schienbeine und die da unter sich befindlichen Füße mit Außenriss und Innenriss. Pieke von mir aus auch. Hauptsache das Runde knallt ins Eckige. Liebe Freunde von der Nationalmannschaft, ich bin's. Euer Klaus Häufer-Umlauf. Euer bester Freund und größter Fan. Ich bin tatsächlich durch euch zum Fußball-Fan geworden in den letzten Wochen. Weil ihr das so toll gemacht habt. Weil ihr aufs Wort hört. Weil ihr sofort 5 Tore schießt, wenn man's von euch verlangt. Weil ihr sofort 2-0 nochmal hinterhergelegt habt. Und jetzt, meine liebe Fußball-Nationalmannschaft, zeigt's den Leuten. Die Schweiz, die hat sich immer aus allem rausgehalten. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt müssen sie sich einmal auf internationale Bühne beweisen und müssen mal mitmachen in einer Auseinandersetzung. Und wir zeigen jetzt, dass die Schweizer mit ihrer Überheblichkeit auch auf dem Fußballplatz nicht mehr weiterkommen. Wo waren die denn überheblich? Ja, was weiß denn ich? Man, ich freestylinge... Jetzt muss sie aggressiv werden. Jetzt muss sie aggressiv werden. Hau die... Knallt sie durch die Wand! Ne? Und Achtelfinale auch! Und Achtelfinale auch! Und Jacqueline auch! Also, was ich nur sagen wollte ist, ich freu mich wirklich, wenn ihr toll spielt. Ich werde da sein. Ich komm ins Stadion und werde euch zujubeln. Ja. Und ich hoffe, dass allesamt, alle die zur Nationalmannschaft gehören, auch die mir jetzt nicht einfallen, dass alle da sind und spielen. Influencer raus aus dem Stadion. Bitte? Nix. Ja. So. Reicht das? Ja. War gut. Hatte ne Gänsehaut. Ja, gut Kick ihr Arschgeigen, ne? Das kriegt ihr schon hin. Bis dann, liebe Nationalmannschaft! Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida-Fraktion. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.